Oh, halt! Wo ist Pumpe? Gottes Segen, ihr wundervollen Gesegneten des Allerhöchsten. Das gibt's nicht so früh schon, Hetzerei. Und das auch noch auf dem Hauptaccount. Da ist er, da ist er mein Lieblings-Moslem. Da ist er ja mein Lieblings-Moslem, wie geht's dir? Was? Wie geht es denn mein Lieblings-Moslem? Der Lieblings-Scheikh meint er. Lieblings-Scheikh. Lieblings-Scheikh, ja genau. Ich hab hier noch den Sativa, den kannst du genauso die Hand schütteln. Du und der in Kombination mit dem Irr von Peci, perfekte Kombi. Der ist gleich da. Das ist heftig. Da gibt's richtige Hetzerei, ne? Jaja, das merkst du langsam. Erzähl mal, was hast du jetzt, was hast du wieder gegen Muslime? Du kannst ja richtig von lernen. Du kannst eigentlich nur von Islam-Kritikern lernen. Von Muslime, die lüblicher Verbrauchung sagen. Siehst du, Dr. Cheikh Abu Hamid am Morgen vertrat Allah und Sorgen. Das glaub ich eher weniger. Ihr Lieben, Gott segne euch, ihr Wunderbeulen. Halt, Nadine Halt. Dr. Cheikh Abu Hamid, ja. Der Hauptaccount ist wieder frei, ihr Lieben. Mal gucken, für wie lange. Ich hoffe, euch und euren Familien geht's gut, ihr Lieben. Ihr Gesegnet des Allerhöchsten. Ich hab' gestern wieder ein Video gesehen bezüglich dieser Saudi-Arabien-Sache, ne? Wie das da verwüstet war, das ist unglaublich. Der Zorn Gottes hat sich richtig manifestiert, ne? Und dementsprechend hat Saudi-Arabien das auch abgekommen, ne? Dieser Kötzenschrein, der von Millionen Menschen. Verstoßverwarnung, ne? Ich geh' nochmal raus und komm' nochmal rein. Seht ihr, was hier abgeht? Seht ihr? Hahahaha! Das ist unglaublich, ey. Die wollen Dr. Cheikh Abu Hamid mit allen Mitteln aufhalten. Aber nein, ich komm' wieder jetzt! Hahahaha! Du hast also deinen Verstand geöffnet. Und dass du begriffen, dass Religionen von Satan sind. Und die einzige Möglichkeit in Jesus Christus auf Vergebung seiner Schuld steht. Das stimmt, ja. Wundervoll. Allein die ganze Weltbeherrlichung im Islam, das ist eigentlich unglaublich, was da steht. Aber Leute machen die Augen zu und tun so, als würde das gar nicht existent sein, weißt du. Ja, natürlich. Die wollen ja auch nicht austreten aus dem Islam, weil die denken, der Islam ist ja das Schönste überhaupt, ne? Auch mit diesen ganzen Bestandteilen. Also es hilft nicht. Einige, ja. Sehr viele bleiben trotzdem drin, ey. Ja. Mein Lieber, ich bin jetzt mal raus, ich wünsche dir alles Gute. Ich wünsche dir alles Gute. Ich wünsche dir alles Gute. Oh, Hart! Jesse Hart! Ciao, ciao! Was? So, jetzt ist der raus. Oh, Al Pacino. Center Hart! Hart! Du hast keine Ahnung. Nein, nur du hast Ahnung, ey. Nur du hast Ahnung und Dr. Scheer nicht. Boah, ich glaube ich hab Fieber oder sowas, ey. Ich hab gestern übelst alles rausgeschwitzt gehabt, ey. Der ganze Hals tut weh. Ich glaube, der Allah hat mich ja verflucht gestern, ey. Weil ich den... Safe und Dean. Habt ihr das noch gestern gesehen? Diese Debatte mit mir und diesem Safe und Dean? Ich hab mich tot gelacht, ey. Wie der alles zugegeben hat. Na mal, ne? Danke, gute Person. Danke. Ah, hier hat jemand ein Stubbschaltpaket gebucht. Leute! Stubbschaltpaket. Drei, zwei, eins und... Und... Stubbschaltet! Leute, Tipico machen. Wir müssen Tipico spielen hier. Dr. Scheer, Boahmele und seine Community müssen Tipico machen. Tipico... ... ... ... ... segen wir sind heute keine muslime da oder was da kommen laufe des tages kein problem kein thema und aufwendig ist es auch nicht schlimm. Dr. Scherer-Bäume ist hier trotzdem präsent. Ich habe mit den Dings geredet, die meinten, du sagst, dass Katholiken in die Hölle kommen, haben die gesagt. So Muslime haben zu mir gesagt, dass du angeblich behauptest, dass Katholiken in die Hölle kommen. Stimmt das? Ja, jeder, der nicht von 9 geboren ist, der wird zur Hölle fahren. Da hast du recht. Ob du dich jetzt Katholik nennst oder Evangelikaler, orthodox, spielt keine Rolle. Du musst von 9 geboren werden, das sagt die Bibel. Amen. Ja, okay. Also bist du meiner Meinung? Ja, klar. Ja, also, dann können wir ja direkt uns umarmen und sagen, Dr. Scherer, du hast recht. Jeder, der nicht von 9 geboren ist, der wird leider verloren gehen. Okay, ich wünsche dir was, ne? Gottes Segen. Ich beharbe, lieber. Oh, oh, das Sensor-Heart. Äh, hier ist es. Groß ist. Danke, danke, ihr Lieben. Ja, der Hauptaccount ist wieder freigeschaltet. Für wie lange, weiß ich nicht, aber ja. Schauen wir mal, ne? Guten Morgen. Kennst du mich noch, Yilmaz, aus Kleewe? Ja, natürlich, ey. Ja, du hast leider keine 1000 Follower. Da könntest du noch reinkommen, Yilmaz. Wie hast du mich denn gefunden? Na gut, ich bin ja hier überall präsent. Yilmaz. Bester Mann, wir lieben dich. Ja, ich liebe euch auch, ihr wunderbar. Oh, Roses. Roses. Gottes Segen, Armin, wie geht's? Ja, es geht so, ne? Ich hab ein bisschen Erkältung, ey. Hab mir, ja. Hatteln. Hab mir ein bisschen was eingefangen, irgendwie, ey. Ja, ich bin den ganzen Tag, wie ich nur am Vollpunkt bin, hier mit diesem Momentan für meinen Hals und Ibuprofen, damit ich hier ein bisschen, äh, den Tag gewinnen kann. Hallo. Hallo. Hast du jetzt Christ, oder was? Was? Du bist jetzt Christ? Ja, natürlich bin ich Christ. Und glücklich darüber. Was heißt das denn natürlich, ey? Hey, gut, 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 auch hier. Hier. Das sind Kinder, ja. Aber jetzt sperren die doch den Stream, ey. Ich hab nicht mal ein Wort verstanden, was die da gesagt haben. Das sind kleine Kinder. Was? Bist du aus Iran oder Irak? Aus Iran bin ich. Wo es Backlava. Der kommt gleich auch wieder. Warte mal, ich geh mal mit dem anderen Account live und mal gucken, was da los ist. Einen Moment. Auf zwei Seiten hier. Ich muss die Leute Bescheid sagen, damit die hier in den Stream reinkommen. Und wenn ich jetzt mit dem anderen Account reingehe, kriegen die anderen das nicht mit, dass ich hier mit meinem Hauptaccount drinne bin. Bist du verheiratet? Nein, ich bin nicht verheiratet. Jetzt geht's aber los hier. Jetzt hält's die Hetzerei. Ich bin wieder hier in meinem Revier. Doktor Scherer war auf jeden Fall niemals weg. Nimm mich hoch. Ja, wie soll ich dich denn hochnehmen? Guten Morgen, bester Scherer. Seht ihr? Jetzt bin ich auf dem anderen Account auch live und die wissen nicht, dass ich auf dem Account auch live bin. Zeigt doch einfach, ja genau. Ihr Lieben, ihr jetzt gerade, wo ich den Finger drauf zeige. Ich bin mit dem Hauptaccount wieder live. Kommt auf den Hauptaccount rein. Ich beende diesen Stream und dann kommt ihr auf den Hauptaccount, da wo ich mit den 20.000 drinne bin. Genau, Alexa antwortet. Pin das mal bitte an. Ich feier dich. Mit Handy am Steuer. Kommt Polizei. Wo ist Handy? Das ist in der Handy halt auch mein Liebling. Mein Kleiner. Oh, Rose is Barrow. Hart. Das war nicht schlimm. Danke. Danke, Lieb. Also ihr geht jetzt da raus und kommt hier in den anderen Stream rein. Genau. Amuri Hexmuslim. Oh, hart! My heart is beating. So. Ich beende den Stream jetzt hier, wo ich den Finger drauf zeige, auf dem Handy. Kommt jetzt da bitte auf den anderen Account. Ja, da gab es noch einige, die sogar dort drin waren. Wahnsinn! Ja, gestern diese Debatte zwischen mir und diesem Safehold Deal war heftig. Ich habe mich köstlich amüsiert. Oh, hart! Hart! Oh, Roses meine ich, Roses! Aber gut, das war so köstlich. Danke, danke. Danke, ihr Lieben. Ja, dem Dr. Scherer, aber mir geht es nicht so gut, ey. Er hat was eingefangen. Wo kann ich das sehen? Ich glaube, jemand hat das aufgenommen. Ich glaube, sehr viele haben das aufgenommen. Danke, Susi, danke. Roses, Roses! Roses are red! Oh, Roses! Ich bete, ich bete für dich um Gesundheit. Ja, Dankeschön. Ich habe auch nicht gern zu treffen. Haha, ich schweine. Morgen. Morgen, ihr Lieben. Lange nicht mehr gesehen live. Ja, ich war doch auf dem anderen Account. Ihr müsst doch das auch abonnieren. Ich habe doch zwei Accounts. Der war doch gesperrt und der andere war offen. Mit dem anderen bin ich dann immer live gegangen. Ich weiß nicht, die Leute bekommen das einfach nicht mit. Das ist heftig. Schöne Grüße aus G-Town. Ah, sehr gut. Nimm mich hoch und ich wege dich, Achmat. Hahaha. Ich bin auf dem anderen Account auch live. Und die wissen nicht, dass ich auf dem Account auch live bin. Hahaha. Zeit doch einfach. Ja, genau. Ihr Lieben, ihr jetzt gerade, wo ich den Finger drauf zeige, ich bin mit dem Hauptaccount wieder live. Kommt auf den Hauptaccount rein. Ich beende diesen Stream und dann kommt ihr auf den Hauptaccount da, wo ich mit den 20.000 drinne bin. Genau, Alexa antwortet. Pin das mal bitte an. Ich feier dich. Hahaha. Mit Handy am Steuer. Kommt Polizei. Wo ist, wo ist Handy? Hahaha. Ist denn der Handy halt doch mein Liebling? Hahaha. Mein Kleiner. Oh, Rose ist Barrow. Halt. Danke, danke. Also ihr geht jetzt da raus und kommt ihr in den anderen Stream rein. Halt. Ich bin jetzt auf der Straße. Halt. Halt. Ich bin jetzt auf der Straße. Oh, Halt. Halt. Ich bin jetzt auf der Straße. So, ich beende den Stream jetzt hier, wo ich den Finger drauf zeige, auf dem Handy. Kommt jetzt da bitte auf den anderen Account. Ist doch nicht fast 1000 Abonnenten, glaube ich, oder was? Schauen wir an's. Hallo? Jo. Kontakte dich und deine Familie. Wie meinst du? Hä? Hallo? Ja, hallo. Jo. Hallo. Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich. Wie läuft's? Alles gut? Ja, bei mir ist alles super. Bei dir, Gott segne dich und deine Familie. Dankeschön. Gesundheit, Glück und Segen auf allen Wegen für dich und für deine Familie beruht auf Gegenseitigkeit. Ja, danke. Das kann ich für dich tun. Ähm, hast du dich mal mit dem Kybalion auseinandergesetzt? Wem? Das Kybalion. Kybania? Das Kybalion. Das Kybalion. K-Y-B-A-L-I-O-N. Kybalion. Nein. Was soll er sein? Ähm, die Umschreibung der universellen und göttlichen Gesetze. Und, äh, ich wollte nur fragen, ob du dich damit auseinandergesetzt hast. Auch schon mal. Nö. Okay, alles gut. Ich hab mich nur mit dem Sklaven und dem Bibel auseinandergesetzt. Das reicht. Vollkommen. Ähm, alle Glaubensart und Weisen weisen ja auf den alleinen Ursprung hin. Und, äh, Kybalion ist eben der Wegweiser, der umschreibt, sozusagen, wie der Glaube überhaupt entstanden ist. In der Hinsicht. Aber, okay, alles klar. Ich wollte nur mal kurz fragen, ob du dich da auch auskennst. Äh, leider nicht. Okay, alles klar. Dann wünsch ich trotzdem alles Gute. Okay, mach's gut. Ja, tschau. Tschau. Alles Gute weiterhin. Tschau, tschau. Tschau, tschau. Ich hab keine Ahnung, wovon der da gerade geredet hat, ey. Wo montiert den? Hahaha. Warte, hier möchte jemand noch einen schönen, äh, Dings. Stummscheid-Paket. Stummscheid-Paket. 3, 2, 1. Let's go! Hahaha. Hahaha. Genau. Like it, like it, like it. Likey, likey. Wo sind deine sechs Bücher vom Vatikan? Was redest du da, Mann? Wie, wo sind deine sechs Bücher vom Vatikan? Osmanische Einheit. Oder was? Das ist genauso wie dieses, äh, behämmerte, äh, Argument, der Papst hat die wahre Bibel unter seinem Sitz versteckt. Hahaha. Der will die nicht rausrücken. Der Papst hat die echte Bibel und will die nicht rausrücken. Ihr seid so fertig, ne? Das kann sich keiner vorstellen, ne? Ja, die Muslime behaupten sowas. Der Papst hat die echte Bibel unter dem Sitz. Der sitzt die ganze Zeit da drauf, auf dieser Thron. Hahaha. Hahaha. Ist das krank, ey? Wie heißt der neue Account? Das ist, das ist ein alter Account, aber ich benutze halt die beiden. Wenn ich hier gesperrt werde, oh, Roses. Wenn ich hier gesperrt werde, kann ich dann auf dem anderen wenigstens live gehen. Und wenn ich dort live gehe und gesperrt werde, kann ich wieder auf dem live gehen. Oh. Tulpi. Tippen, Tippen, Tippico, kommt ihr Lieben. Ich mach mit. Wir müssen Tippico jetzt machen. Tippico, Tippi, Tippi. King, ja, Jesus Christus ist King. Er ist der König der Könige und der Herr aller Herren. Er trägt auf seinem Gewand den Gürtel, wo drauf steht König der Könige und Herr aller Herren. Offenbarung 19, 16. Ja, was? Ja, Bücherwelt. Ja, Bücherwelt auf TikTok. Äh, auf YouTube. Mehr spenden, bitte. Ja. Mehr spenden, bitte. Genau. Hahaha. Doktor Sherabu, aber ich kann nur mit vielen Löwen und Universen, äh, hier. Äh, sag mal schnell. Aktiviert werden. Hahaha. Danke. Ey, das wäre, das ist heftig. Ne, ich krieg das nicht in meinen Kopf rein, ne. Dass der Mohammed durch Allah dann, äh, äh, an so viel Geld, Macht und Ruhm gekommen ist, ne. Und dann fragen die Muslime mich, was hat der denn für einen Vorteil gehabt mit dem Islam? Und dann denke ich mir so, hast du überhaupt noch einen Verstand? Siehst du nicht, was der mit dem Islam erreicht hat? Er hat so viele Frauen gehabt, wie er wollte. Er hat Dörfer angegriffen und die besten Frauen dort erbeutet, die ganzen Schätze eingesammelt und alles. Leute haben für ihn gekämpft und haben immer ihm die beste Beute zuteil werden lassen. Also der Islam war ja komplett nur zu seinem Vorteil erschaffen worden. Eifersüchtig? Ja, sehr eifersüchtig. Was sagst du zu Psalm 19,1? Was steht denn da? Kannst du das hier reinposten? Was hast du? Nein, es ist doch nicht ab. Ich habe Friede, Freude und Glückseligkeit in mir. Weil der Jesus... Oh, ich bin ein bisschen ab. Ich bin ein bisschen ab. Oh, ich bin ein bisschen ab. Danke. Gott segne euch, ihr Wundervolle. Ihr gesegnet das alles. Was? Du hast den Islam gar nicht verstanden? Ja, nur du hast den Islam verstanden. Oh, Roses, Roses. Roses. Ja, jemand, der sich seines Verstandes bedient und anfängt den Koran zu lesen und die Sida von Mohammed und die ganzen Hadith, die Morali überliefert und mir sagt, dass der Islam die Wahrheit ist und Mohammed, ein Prophet, der ist nicht mehr ganz dicht hier oben. Ehrlich. Wer das nicht erkennt, dass man einen verhexten Propheten niemals vertrauen sollte, der hat Kontrolle über sein Leben verloren. Ihr müsst euch mal vorstellen, ihr Lieben. Der Mohammed stand ja unter schwarzer Magie und der Jude hat ihn unter Kontrolle gehabt und die Gelehrten gehen davon aus, dass er bis zu 40 Tage, bis 6 Monate unter Kontrolle von diesem Juden war. Einfach so wie so eine Puppe. Ist das zu fassen? Und dann sehen wir auch noch auf der anderen Seite in Surah 22, Vers 52, Tafsir al-Jan-Alai, dass der Satan die Macht hatte über Mohammed und ihn Koran versitzen ließ. Also war er der Prophet des Teufels. Und dann sehen wir, dass der Bukhari auf einmal in den Hadithen sagt, dass die Teufel ihm nur Gutes befehlen. Seit wann befehlen der Teufel gute Sachen? Können wir das mal einer hier beantworten? Sind wir im Irrenhaus oder was? Stell dir mal vor, der Herr Jesus hätte gesagt, ja, die Teufel begleiten mich, aber die Teufel erzählen mir nur Gute Sachen. Wer von uns würde das akzeptieren? Wer? Keiner von uns würde sowas akzeptieren. Wir würden sagen, hä? Die Teufel reden nur Gute Sachen. Ist doch Quatsch. Oh, hart. Oh, Roses, Roses, Roses. Danke, ihr Lieben, danke. Möge der Herr Jesus Christus euch das Zehnfache wieder zurückgeben, was ihr für Herrn Dr. Sheikh Rabo Amel macht. Gott segne euch und eure Herzen. Ich küsse eure Herzen. Werdo, danke. Möge der Herr Jesus Christus euch stärken im Glauben, euch Kraft und Mut geben, damit ihr weiter die Nachfolge anstehen könnt. Weil in dieser heutigen Zeit brauchen wir natürlich Kraft und Stärkung unseres Heiligen Geistes. Habt ihr gesehen, was hier abgeht in Deutschland, in den Flüchtlingsheimen über Open Doors und so, wie wir das alles mitbekommen. Danke dir, mein Lieber, Roses. Wie die Christen behandelt werden. Selbst hier in Deutschland geht das schon los. Dass die Christen verfolgt werden, dass Leute, also die Leute vom Islamischen Staat, die Soldaten des Islamischen Staates mit der Flüchtlingswelle hier nach Deutschland gekommen sind. Nein, mein Lieber, Gott segne dich mit deiner Familie. Die auch, die auch. Hast du das mitbekommen, durch die Flüchtlingswelle, dass auch sehr viele IS-Kämpfer hier rübergekommen sind und sich getarnt haben als so normale Bürger und auch hier sind, ne? Und das nicht zu knapp. Also die sind schon, ich würde mal davon ausgehen, dass die zu Tausenden schon hier sind. Das sind doch auch nur Menschen, oder nicht? Dürfen die nicht herkommen, ja, ne? Dürfen die nicht in den Luft machen? Was sagst du, mein Lieber? Ich sagte, das sind doch auch nur Menschen. Dürfen die nicht Urlaub machen? Ich verstehe kein Wort, Mann. Dürfen die nicht Urlaub machen? Dürfen die nicht Urlaub machen? Wir müssen das beenden, mein Lieber. Ich verstehe dich nicht. Habt ihr irgendwas verstanden? Ich hab gar nichts verstanden. Ich bin Gott, sagt Jesus in Offenbar 21. Er hat keine Ahnung von wie viel, ja, genau, richtig. Ihr seid sehr gut drauf, ihr Lieben. Möge der Herr Jesus Christus euch auch diese Weisheit geben, die dahinter steckt in der Bibel, zu erkennen, dass Jesus auch Gott ist. Weil sehr viele sogenannte Christen, die sagen auf einmal, Jesus ist nur der Sohn Gottes. Die verstehen ja gar nicht, was Sohn Gottes bedeutet. Dass ein Teil dieser Trinität, der Sohn, Mensch wurde, aber der schon in Ewigkeit Gott selber ist. Der Sohn Gottes ist Gott selbst. Oh, Roses. Danke. Deswegen, als ich nochmal darauf zurückzukomme, wie kann man denn jemandem vertrauen, der auf der schwarze Magie stand, sich Sachen eingebildet hat und auf Verse von Satan in den Mund gelegt bekam? Es ist ein Desaster mit den Quellen des Islams. Und dann fragen die Muslime mich, warum hast du den Islam verlassen? Ja, genau aus solchen Gründen. Dass auf einmal der Allah sagt, in Zurufe 58, Vers 12, dass der Mohammed, dass ihr dem Geld geben müsst, damit er mit euch redet. Müsst ihr euch mal vorstellen. Der hat also Allah seine Handpuppe dazu benutzt, um an Geld ranzukommen. Ist das zu fassen? Alles, nur Macht, Geld, Frauen. Ja, die Khadija, die reiche Kaufmann, ist dann gestorben. Und dann hat er genau das ganze Vermögen von der genommen und hat sich ein Imperium aufgebaut. Ja, und dann sehen wir auf einmal, dass er ein suizidale Gedanken hat und sich selbst umbringen wollte, weil dieser Watergrave in Naufall starb und die kürtlichen Inspirationen für eine Weile aufhören hat. Der Gründer des Islams. Watergrave in Naufall und Burhut Bahira. Oh, Panther. Ihr Lieben, danke für alles, was ihr macht. Möge der Jesus Christus euch segnen. Lasst uns weiter hier tippen, ihr Lieben. Wir müssen nach vorne kommen. Ihr müsst wissen, dass Dr. Scheer Abu Amir hier ist. Der Manuelsen war auch gerade hier drinnen. Ich habe das gerade gesehen. Der war hier in der Liste drinnen, der Manuelsen. Der beobachtet auch den Dr. Scheer Abu Amir. Ja, ich will ein bisschen wieder mit Manuel reden. Wie unbeholfen der sich vorkam, weil er sich nie mit dem Islam auseinandergesetzt hat und ich ihm das auf einmal dann so gezeigt habe, war dann natürlich schockiert. So wie ich auch am Anfang, wo ich dann anfing, mich mit dem Islam zu beschäftigen, mit meiner Religion. Und dann auf einmal gedacht habe, was für ein Kult bin ich da hineingeboren. Das ist ja Quatsch. Ich muss also Juden und Christen unterdrücken, von ihnen Schutzgeld verlangen und aus ihnen Dimbis machen. Das müsst ihr euch mal geben. Und dann sagen die zu mir, der islamische Staat hat nichts mit dem Islam zu tun. Wie lächerlich klingt denn dieser Satz? Der islamische Staat hat nichts mit dem Islam zu tun. Für jede ihrer Handlungen, für jede ihrer Morde, für jede ihrer Taten zitieren die Biografie und die Hadithe und Koranverse und habt ihr nicht gesehen? Oh, Indiana Jones aka Abu Amir. Du bist lächerlich, ja, ja. Du kannst die Wahrheit nicht vertragen, deswegen. Weil du selber dich niemals damit auseinandergesetzt hast und nicht verstehst, dass sich sowas da drin befindet und dass der islamische Staat sowas dann auch praktiziert. Good morning, brother. Good morning to you. Warum schmatzt du? Ja, ich will ein bisschen schmatzen. Ich will dir ein paar Schmatzer geben. Ja, genau. In der heutigen Zeit ist Jesus Christus aktueller denn je. Und bald findet die Entrückung statt. Und die Muslime haben das natürlich nicht in ihren Schriften drin, weil sie denken, die Bibel sei verfälscht. Und dann kommt Allah auf einmal mit seinen Schriften, indem er dann behauptet, dass die Bibel verfälscht sei, dass wir nicht zurückgehen sollten zur Bibel, um herauszufinden, wer der wahre Gott ist und so. Ist ihr von seinem Vater? Kaputt, ey. Dr. Scheer Abu Hamil ist von... Was ist das denn? Wo ist Abu Ezerei? Ja, ich weiß nicht. Wo ist Abu Ezerei? Alexa, antworte. Wo ist Abu Ezerei? Sein Lachen bedeutet Schwäche und... Was? Und er ist kein Christ. Also ich preise, Ehre, lobe den Herrn Jesus Christus, vernichte den Islam und haben den Islam ruiniert, schon in tausenden meiner Videos. Aber er ist kein Christ. Er ist... Er ist Buddhist. Er ist Buddhist. Hinduist. Das ist das Gehirn. Sehr viele Baklava-Leute sind hier drinnen, Leute. Guckt euch das bitte an. Die haben diesen Baklava verstanden, von unserem guten Freund Baklava, der immer sein Unwesen treibt in den Kommentarbereich. Komm jetzt, wir müssen Tipico machen. Wir müssen eine Million knacken, ihr lieben. Tipico zu einer Million. Dr. Sheikh Abu Amin und die ganze Community hier. Eine Million. Eine Million. Bruder, was bist du für ein Landsmann? Ich bin ein Perser-Iraner. Allah, der Moral-Apostel. Ja. Da müsst ihr euch mal vorstellen, der Mohammed, wie schlau der eigentlich war, ne? Dass er dann auch diese Religion erfunden hat, um an alles ranzukommen, ne? Stellt euch mal vor, der Herr Jesus Christus hätte sowas getan. Wir würden sofort, ich hätte das sofort in Frage gestellt. Aber Gott sei Dank, hat der Herr Jesus gesagt, seht ihr diese Münze hier? Was ist da drauf? Was steht da drauf? Oder wessen Bild ist da drauf? Das Bild des Kaisers. Also gib dem Kaiser, was dem Kaiser ist und gib Gott, was Gott ist. Du kannst nicht beide Herren dienen. Und so spricht Jesus heute zu Mohammed. Du kannst nicht beide Herren dienen, Mohammed. Du hast nur für deine Gelüste gedient. So sieht's aus. Die Muslime ein Problem haben mit Perser. Ey, ihr müsst euch mal vorstellen, Bukhari. Was war denn der Bukhari? Es war ein Perser. Es war ein Iraner. Tammari. Tammari. Auch. Die größten Gelehrten des Islams sind Perser gewesen. Ah, da seht ihr mal wieder. Die Aufrufseilen sind wieder da. Wegen Hauptaccount. Das ist der Hammer, wie Army abgeht. Ja, das ist das, wie der Heilige Geist das auch direkt in mir rein drückt in den Kopf. Danke dir, Broses. Du bist kein Perser. Fasman Chiasnam. Allgemein, iranin ist da Fasman Chiasnam. Ich bin Chinese, ne? Da ist schon wieder dieser Backlaber. Diese Backlaber-Kommentare, ihr Lieben. Oh, Roses. Was bin ich, der Chinese? Oder was bin ich, Koreaner? Oder was ist denn hier los mit dir? Du bist Japaner, Bro. Typisch Iraner, ne? Typisch Iraner, die Verstand haben und herausgefunden haben, was der Islam ist, ey. Größte Lüge der Menschheitsgeschichte, ey. Die Iraner, meine Landsleute im Iran, die wissen ja gar nicht, wie die am ausflippen sind über den Islam, ne? Einfach nur heftig. Die Jugend macht schon, was sie da will. Die haben keine Lust mehr auf den Islam und die Bevormundung der Regierung auf die Menschen, ne? Weil sie haben ja sowieso nichts mehr zu befürchten. Was kann ihnen noch passieren? Nur der Tod kann ihnen ereilen. Deswegen machen die, was die wollen nur noch. Weil die haben die Schnauze voll. Dann gibt es so Leute, eure Shisha-Muslime, oh, Roses. Danke, ihr Lieben. Die, die das nicht begreifen wollen, dass auch ihre Freiheit auf dem Spiel steht, leben in einer offenen Gesellschaft, wo Freiheit, Toleranz, Akzeptanz, so Nummer eins und groß geschrieben wird, aber folgen einer Religion, die ihre Freiheit und Intoleranz der Religion ist. Ihre Freiheit wegnimmt, die Intoleranz der Religion ist und dementsprechend die Muslime, die anderen nicht praktizierenden Muslime dann behandeln. Und zwar mit Härte und gegebenenfalls auch, ihr wisst schon, oh, ich küsse auch eure Herzen, ihr Lieben. Wie kann man hier in Europa einer Religion folgen, wo man ganz genau in den Augen zieht, wenn die Mehrheit die Muslime in einem Land bilden, wie die Gesetze dann auf einmal verändert werden und alle unglücklich sind? Wie kann man sowas machen? Wie? Das ist mir suspekt, ehrlich. Wie kannst du nicht dein Gehirn einschalten und sehen, wo die Muslime die Oberhand haben, wie sie dann auf einmal mit Andersgläubig umgehen? Bestes Beispiel Pakistan. Habt ihr gesehen? Auf einmal zigtausende von Muslime, die sich dort versammeln und auf einmal Kirchen zerstören und die Christen dort unterdrücken. Aber stellt euch mal vor, wir würden den Muslimen das hier antworten, weil sie in der Minderheit hier sind. Ja, ich würde dann, äh, ich hätte dann morgen so einen Aufruf gemacht, Dr. Scheer Aboameh macht dann so einen Aufruf und dann kommen tausende Christen zusammen und dann stehen wir vor der Moschee und protestieren vor den Moscheen und dann gegebenenfalls dann, äh, auch das machen, was die dann machen. Stellt euch mal vor, wo kämen wir denn da hin? Unglaublich, ne? Ja, das sind ungerechte Menschen, ihr Lieben. Und unsere Geschwister in den islamischen Ländern müssen leiden. Tagtäglich dieses ganze Martyrium, das sie durchmachen, ist unfassbar. Und hier leben die Muslime in Saus und Braus. Können sagen, was die wollen, machen, was die wollen. Gibt es Morddrohungen für diese Leute, die die Bibel kritisieren, die Jesus Christus kritisieren und alles mögliche? Absolut nicht. Aber wag dich einmal, deinen Mund aufzumachen gegen den Islam. Da brauchst du ein schnelles Pferd, ich sag's dir. So heftig ist das Ganze. You are from Iran, right? Yes, my beloved one. Kopf muss schneller als junge sein, ja? Zafir. Zafir. Komm, ihr Lieben, Tipiko. Komm, Tipiko. Ihr Lieben, Tipi, Tipi, Tipi. Hey, ich mach Flippi, Flippi, Flippi. Du hast zwei Gesichter, nein, drei Gesichter. So wie Allah. Er hat drei Augen, ein hervorstehendes, noch ein tiefsitzendes. Er hat Entenfüße, wolliges Haar, einen grünen Anzug. Und er hat einen Fuß, zwei rechte Hände. Du bist unglaublich blesender, reflektierter Mensch, ja. Das ist das, wenn man ein bisschen sein Gehirn einschaltet und erkennt, was da abgeht. Ja, da fragt man sich allen Ernstes ja, was beten die Muslime denn da an? Also Allah hat diese zwei rechten Hände. Er hat einen Fuß. Mohammed hat gesagt durch Ebn Taymiyyah in seinem Buch, dass er einen Traum gesehen hat, in dem er seinen Gott in der Form eines kleinen Mannes gesehen hat, der einen grünen Anzug anhatte und badlos war. Die ganzen Muslime sind hier drinnen und melden die ganze Zeit meinen Account. Guckt euch das bitte an. Deswegen sind ja auch alle hier drinnen. Guckt mal. Sei ruhig, sonst bekommst du Strafe und wirst bestraft wie Pharao. Ich lache über Allahs Bein. Ich lache über Allahs Schienenbein. Sag Nein zum Bein und geh und küsse niemals nach dem Stein. Sag Nein zum Schienenbein und küsse niemals den Stein. Gott beschütze dich, danke. Gott beschütze auch euch, danke. Oh, Roses. Sam. Seven Knight. Roses. Komm ihr Lieben, wir müssen richtig reinhauen. Typiko, typiko. Kommi ist hier drinnen. Komm jetzt. Oh, Roses. Ja, die meisten Leute wissen doch gar nicht, dass ich ein NPC-Chef bin. Ich habe meine Frage an dich, ja? Ja, gerne, mein lieber Gott segnet schon meine Familie. Warum redest du eigentlich nie über den Christentum? Doch, mache ich ja. Die ganze Zeit. Du hattest nur den Islam. Nur den Islam hattest du. Warum? Ja, weil ich Ex-Muslim bin und die Muslime hier aufklären möchte, damit sie auch eine Entscheidung raus treffen sollen. Und warum änderst du nicht, wenn du denn Christentum doch so sehr liebst, warum änderst du nicht deinen Namen in Christ oder irgendwas anderes? Nein, das ist kein Problem. Du kannst deinen Namen behalten. Der Jesus Christus wird dir ein neues Herz geben. Und nicht deinen Namen verändern. Okay, hau rein. Okay, ciao. Das war's. Einfach, ey, warum änderst du nicht deinen Namen? Der Herr Jesus Christus ist das Schönste, das Heiligste, das Gerechteste, was die Welt jemals hervorgebracht hat. Ja? Die Christen, die sich für Jesus Christus entscheiden, beziehungsweise die Muslime, die dann auf einmal Christen werden, brauchen ihren Namen nicht zu verändern, sondern der Herr Jesus Christus wird ihre Herzen verändern. Und das hundertmillionprozentig, weil Jesus Christus der lebendige Gott und das ewige Leben ist. Oh, Roses. Keine Religion, nur Jesus Christus. Amen. Ja, die pochen immer drauf rum, warum ich diesen Namen habe, warum ich hier über den Islam rede und so. Anstatt sich so Gedanken zu machen, ey, was das für eine Religion ist. Woher die kommt, wer der Gründer des Islams war, ist der Islam überhaupt von Gott. War Mohammed, ein Prophet, ne? Oh, kiss your heart. Hier. Ja. Ich wohne neben, äh, Fontana Black. Ja, das ist das, ne? Die können nichts anderes als, äh, immer nur den physischen Kampf suchen. Merkt ihr, mit was für einer Religion, äh, wir es zu tun haben, mit was für Anhängern? Du bist verloren, Junge. Du bist verloren, schreib, 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 schreib Steffi. Steffi schreibt, du bist verloren. Ja. Steffi, wenn du wüsstest, wie verloren du bist, weil du zum Islam gehörst, ey. Ja, aber nach deinem Profil bist du ein bisschen Kaffi da, ey. 1, 8, 7, Hetzerbande. Ja, genau, hast recht. Immer nur kämpfen. Ja, genau, die können nichts anderes. Amir, lies, Buchadi, 3, 8, 4, 9, was steht denn da? Gott segne auf dich. Jesus liebt dich, mein Bruder. Amen. Jesus liebt uns alle, ihr Wundervollen. Schön, dass ihr hier seid, schön, dass es euch gibt. Schön, dass ihr zum Herrn Jesus Christus gehört. Und falls diejenigen, die noch keine Entscheidung für Jesus Christus getroffen haben, treffe ich sie noch heute. Du folgst einem wundervollen, ehrenhaften Menschen, der nicht mit einem lüsternen Blick eine Frau angeguckt hat und sie ausgespannt hat. Ja, so wie Mohammed das getan hat in Suche 33, Vers 37. Und jeder kennt die Geschichte von Zeit. Das soll ich mal vorstellen. Der Gott des Islams sagt zu Mohammed, geh und heirate diese Frau. Ich hab dir in deinem Herzen, Gott, ich, Allah, hab dein Herz für sie ausflippen lassen. Geh und nimm sie. Während der Herr Jesus Christus sagt, wenn eure Augen auf eine verheiratete Frau fallen, so habt ihr Ehebruch in eurem Herzen begangen. Und der Gott des Islams befürwortet das Ganze noch und schickt seinen Propheten zu Zeynep und macht den Vorhang hoch, sodass er sie halbnackt sieht und sein Herz dafür sie ausflippt. Das müsst ihr euch mal geben. Wie kann man so jemanden als Vorbild nehmen? Kein Muslim würde akzeptieren, dass ein anderer Muslim zu ihm nach Hause kommt und seine Frau alleine hilft. Keiner! Und auch nicht einen Vorbild akzeptieren, der auf einmal zu einem anderen Muslim nach Hause geht, um die Frau von ihm auszuspannen. Das ist geisteskrank, ist das mal. Besser. Ja. Ey, wir sind mit Ex-Muslim live. Ja, Wallah. Männchen, Kindergarten. Ich bin mit Ex-Muslim live. Das macht doch Christian auch so. Das macht Christian auch so. Nein. Nur Mohammed hat sowas getan, ey. Gott sei Dank kam der Herr Jesus Christus, der ewige Sohn Gottes, um uns vor diesem Wahnsinn zu befreien, dass wir wegkommen von Religion und Zwang und alles mögliche und wir ganz in Ruhe eine Entscheidung für ihn treffen können und unsere Schuld von ihm getragen werden. Amir hängt. Hört ihr mich? Amir ist auf dem Weg zum Freitagsgebet. Ich bin auf dem Weg zum Jumar-Gebet. Dort betreibe ich dann weiter, Hitze. Stellt euch mal vor, ich würde mit so einem Megafon vor der Moschee stehen und sagen, jetzt schaut euch an, ihr Muslime, was Mohammed getan hat. Er hat die Juden und Christen von der arabischen Halbinsel vertrieben. Er hat behauptet, dass Jesus Christus nicht der Sohn Gottes ist. Dass er nicht Gott ist. Und ihr kommt hier hin und wollt diese Religion uns präsentieren. Was ist das? Amir, du warst lange weg. Ich habe doch zwei Accounts. Jetzt wollen die auf einmal alle mit mir hier Match machen. Matchy Match. Geh Pakete liefern. Du kriegst jetzt erstmal ein Stubschaltpaket. Warte. Du hast ein Stubschaltpaket gebucht. Und Kosovo. Drei, zwei, eins. Let's go. Stubschaltpaket on. Warum hast du Bad? Ja, weil... Weil ich Bad sehr, sehr schön finde. Sehr schön. Lass reden. Ja, komm rein. Lass reden. Oh, salamu alaikum, ex-Muslim. Oh, alaikum salam. Wie geht's dir? Gott segne dich und deine Familie. Oh, dein auch. Wie geht's dir, mein wahrhaftiger Bruder? Danke dir. Gut geht's dir. Dem Herrn Jesus Christus, sei lobe und dann. Wie? Dank dir die Jesu. Wie geht's wem? Wie geht's ganz gut? Dank dem Herrn. Ah, ja, sehr schön. Bist du am Arbeiten? Ja, ich bin dir grad den besten Shira-Tabak an den besten Leuten am Belieferen. Was machst du denn so? Arbeiten. Arbeiten, ja, sehr gut. Bin ich zu einem Muslim, der arbeitet. Ja. Früher hast du doch auch gearbeitet als Ex-Muslim. Was? Früher hast du doch auch gearbeitet als ein Muslim warst, oder nicht? Ja, genau. Aber als Ex-Muslim habe ich doch mehr gearbeitet. Ja? An mir selber und an anderen. Okay. Aber hast du das gerade eben mitbekommen, was ich gesagt habe, ne? Dass der Mohamed zum Haus seines Adoptivsoons gegangen ist und die Frau von ihm ausgespannt hat, die Zeynep. Kennst du die Geschichte? Nein, kann ich nicht. Ja, das befindet sich in Zuche 33, Vers 37, das Koran. Und dann gibt es dazu die Ausregung von At-Tabari und Al-Kurtubi, die uns dann eindeutig sagen, dass Allah es so wollte, dass das Herz von Mohammed so ausblickt. Und er sie mit lüsterndem Blick anguckt und dann hat er sie ausgespannt. Er hat sich Zeit von ihr scheiden lassen, damit Mohammed sie in Ruhe heiraten darf. Kannst du dir das vorstellen? Ja. Was hältst du von Jesiden? Würdest du jemanden akzeptieren, der zu dir nach Hause kommt, deine geliebte Frau anguckt und sie in seinem Herz begehrt und sie dir ausspannt? Was ist das für ein Mensch für dich? Das ist ein guter Mensch. Er ist Moslem, er darf das. Was? Was ist deine Meinung zu Jesiden? Ja, okay. Ich merke schon. Da kommt nichts viel rüber. Kein Nachdenken, kein... Ich rede mit dem über Äpfel, der kommt auf einmal mit Birne. Ich glaube, ich muss wie Coach Frankie werden. Raus, raus, raus! Stell deine Frage! Was? Raus, raus, raus jetzt hier, raus! Ja, hallo Armin, Bruder, wie geht's dir? Ja, mir geht's ganz gut. Wir werden Jesus Christus sein. Auf und, wie geht's dir? Gelobt sei Gott, Bruder, gelobt sei Gott. Ganz okay, sag ich mal so. Ich hab eine Frage. Und zwar, genau, ich hab eine Frage. Und zwar hab ich das, glaube ich, richtig mitbekommen. Du bist ja auch Iraner, ne? Der Christ geworden ist. Ja. Stark, stark. Ich war letztens in einer Gemeinde. Allein dort waren drei Iraner, die auch Christen geworden sind. So viele Ex-Muslime, die Christen werden, das ist unfassbar. Ja. Ja, die meisten haben ja dann auch den Islam am eigenen Leib zu spüren bekommen. Nur diese degenerierten Euro-Shisha-Muslime, die sich hier in den Kommentaren befinden, die verstehen ja nicht, was der Islam in Wahrheit ist. Die Iraner sind ja durch die Islamisierung gegangen und haben gesehen, was der Islam mit ihrem Leben und mit ihrem Land getan hat. Ja, ja, das ist krass. Die Sache ist ja, guck mal, also ich persönlich bin kein Iraner, ich bin Kurde. Und weißt du, was das Traurige ist? Die meisten Muslime, die werden in den Islam reingebohnt. Und die meisten haben immer gleiche Argumente. Die schauen zu viele Videos, schauen, was die Familie sagt, was die Imame denen erzählen. Beispielsweise, Jesus wurde nicht gekreuzigt, Bibel ist verfälscht. Das wurde mir auch so eingetrichtet. Und ich hab das alles geglaubt. Und das ist ein sehr trauriger Prozess, sag ich mal so, dass die meisten Muslime wirklich eine Art Gehirnwäsche haben, dass sie das alles einfach glauben, anstatt selber mal zu schauen im Injil, also im Neuen Testament, wer ist Jesus Christus? Oder ist die Bibel verfälscht? Wurde Jesus Christus gekreuzigt? Und wenn man wirklich schaut, sieht man, dass Jesus gekreuzigt worden ist. Dass die Bibel laut Kumran-Schriften und Botmar-Papier ganz klar bewiesenermaßen originell ist wie heute, Bruder, weißt du? Ja, da siehst du mal, es gibt ja historische Beweise, außer biblische Quellen, die wir haben, die eindeutig belegen, dass Jesus Christus auf der Anordnung von Pontius Pilatus wahrhaftig gekreuzigt wurde. Und das war so der ausschlaggebende Punkt, warum ich dann damals mir eingestanden habe, dass der Islam auch in dem Punkt absolut abzulehnen ist. Weil, du musst dir mal vorstellen, der größte Bibelkritiker unserer Zeit ist ja der Bart Ehrmann. Er selber gibt zu und sagt, der minimale Fakt, dass Jesus Christus gekreuzigt worden ist, ist historisch bewiesen. Da kannst du nicht sagen, nein, ist so. Das stimmt, das stimmt. Ich sehe das immer wieder. Zum Beispiel, ich sage jetzt nicht seinen Namen, um den nicht zu pushen, aber so jemand hat letztens Bart Ehrmann als Argument genommen und danach habe ich gesagt, ey, du Schlauberger, auch Bart Ehrmann, einer der größten Bibelkritiker, sagt, dass Jesus Christus gekreuzigt worden ist. Ja, wenn die also ja zu Bart Ehrmann sagen, müssen sie auch ja zur Kreuzigung sagen. Genau. Ja, da habe ich auf dein Video gesehen. Weißt du, die haben den Bart Ehrmann gefragt. Die haben gesagt, ja, Bart Ehrmann, du kritisierst jetzt so viel die Bibel und es gibt so viele Geschwister, die dir schon geantwortet haben und das Ganze ja auch schon widerlegt haben, was du da behauptest. Warum beschäftigst du dich jetzt nicht mal mit dem Islam und dem Koran? Weil da gibt es ja auch einiges herauszubinden mit den Überlieferungen und alles Mögliche. Sagt er, ja, wenn ich irgendwann mal nicht mehr an meinem Leben hänge, dann werde ich mich darum kümmern. Der weiß Bescheid, weil die Muslime sich sofort umbringen würden, wenn der auf einmal anfängt, da Nachforschung anzustellen. Weil da wirst du ganz schnell fündig im Islam. Ja, und ich habe noch eine sehr wichtige Frage. Wie ist das zum Beispiel im Iran, wenn du da wirklich als Moslem geboren wirst und du wirst da kriegst, ist das wirklich so, dass du dafür die Todesstrafe bekommst? Ja, natürlich. Ja, das weiß ich, aber viele islamische Länder tun das ja nicht zu praktizieren, weißt du? Ja, da wo die Scharia herrscht, in Teilen Pakistans, da gibt es schon Blasphemie-Gesetze. Du siehst ja, was sie mit Asiabibi getan haben, ne? Ja, genau. Und auch in Afghanistan, Pakistan, Sudan, Jemen, Saudi-Arabien, Iran, all da, wo Teile, wo Scharia herrscht, wird das dann auch praktiziert, ne? Ja, leider, ja. Und guck mal, Gott ist mein Zweck, was ich jetzt sage, ich lüge nicht. Es gab so einen Moment, ich bin da fast gestorben und an jeden hier, der hier im Chat ist, ihr wisst nicht, wie schlimm das ist, wenn ihr fast vor dem Tod seid und keinen Frieden mit Gott habt und Gott nicht kennt, wenn ihr an einen Gott glaubt, sucht Gott auf jeden Fall. Das ist das Wichtigste vor dem Tod, weil ohne Gott wird man verloren sein. Und die Rettung ist allein in Jesus Christus. Amen. Genau, auf jeden Fall. Und irgendwas wollte ich noch sagen. Genau, hast du das auch mit Gesprächen mit Muslimen? Ich habe das ja auch sehr oft, leider sind meine, also meine ganze Familie sind leider keine Christen, also ich bin auch als Moslem ja geboren. Die meisten von meinem Umfeld sind auch alle Muslime. Hast du das auch, diese sehr traurigen Argumente, dass sie sagen, ich bin mit Islam geboren, deswegen werde ich damit sterben. Oder wir werden am Tag des Gerichts sehen. Das sehen wir ja alle. Aber dann ist es zu spät. Die wissen nicht, wer Jesus Christus ist und was für einen kurzen Prozess er mit allen tun wird, die ihn verworfen haben, nicht angenommen haben. Die wissen gar nicht, wie schlimm es sein wird, vor Jesus Christus, ohne an ihn geglaubt zu haben, wie schlimm das sein wird, vor ihm zu sein. Der wird sie alle richten. Ganz einfach. Und die werden niemals bestehen vor seiner Herrlichkeit. Und das ist so traurig. Ja. Ja, das ist das. Wenn die dann mit diesem Stolz herumstolzieren und solche Aussagen tätigen. Ihre kostbaren Seelen werfen sie dann einfach weg für eine Ideologie, wo es keinerlei Rettung gibt. Genau, genau, genau. Bruder, ich wollte nur noch eine Sache sagen. Dann hast du zufällig ein Handy bei dir, wo du eine Quelle von Sahih, ich glaube Muslim war das, nachschlagen könntest. Sahih was? Sahih, warte, ich gucke kurz. Sahih Al-Bukhari 278. Sahih Al-Bukhari 278? Genau. Ich habe davon fast nie von irgendjemand was gehört, aber ich bin dazu drauf gestoßen. Und guckt dir mal diese Geschichte an, was sie da über Mose erzählen, was Mometa erzählt. Was hat der, was hat der gesagt? Da geht es um Mose und er erzählt so einen Blödsinn über den heiligen Mose, dass er seine Kleider auf einen Stein gelegt hat. Und dieser Stein ist dann weggelaufen und Mose ist hinterher gesagt, bleib stehen, bleib stehen, hat dieser Stein geschlagen danach und so. Das hat gerade leider gehangen bei dir. Was? Bei dir hat es gerade voll gehangen. Ach so, ich habe gesagt, es befinden sich einige seltsame Dinge in den Adidas. Auf jeden Fall. Und die Sache ist auch, Mometa sagt auch, ich sah ungefähr, also ungefähr inhaltlich, sagt er, ich sah Mose, der ist aber nicht in das Bad zu den Israeliten gestiegen wegen einem Hodenbruch. Ich habe gedacht, ich sehe nicht richtig, ich lese nicht richtig, das steht da wirklich. Und das ist noch Sahih Al-Bukhari. Ja, heftig, ne? Und du weißt ja, dass der Abu Dhabi gesagt hat, es gibt keinen Zweifel mit Konsens der Gelehrten, dass Bukhari und Muslim authentisch ist. Jeder hat dies. Heftig, ne? Auf jeden Fall. Und einer der schlimmsten und traurigsten Geschichten, die es gibt, ist mit Kaab ibn Ashraf, wie Mohammed erlaubt hat, von seinen Gefährten den Kaab ibn Ashraf rauszulocken mit einer Lüge und danach enthauptet hat TikTok sportlich. Das ist so eine traurige Geschichte. Ja, das ist ja diese Taqiyah, ne? Du siehst ja, dass einige Muslime ja anfangen zu lügen und zu behaupten, oh, Taqiyah darf nur angewendet werden, wenn du selber dein Leben in Gefahr bist, dann darfst du den Glauben verleugnen. Allein das ist schon krank, weil du siehst ja, wie billig der Glaube dann verkauft wird, ne? Und die nicht bereit sind, dann in den Tod zu gehen für ihre Religion oder ihren Glauben. Sie lügen dann, um ihren, sagen wir schnell, ihr Leben zu retten, ne? Ja, aber dann sehen wir auf der anderen Seite, dass Taqiyah auch genutzt werden kann, um Menschen hinterrücks zu belügen, um an sein Ziel zu kommen. Und die Geschichte ist sehr prägnant, wie du gerade gesagt hast mit Kaab ibn Ashraf. Da stand ja der Mohammed bin Maslama auf und sagt ja, Rasulallah, willst du, dass ich ihn töte? Da sagt ja auf einmal der Mohammed, ja, ich möchte, dass du das machst. Dann sagte der Mohammed bin Maslama, dann erlaube mir, ihm etwas zu erdichten und sein Vertrauen zu gewinnen, um dann an mein Ziel zu kommen. Und dann hat er gesagt, geh und mach. Ja, und dann haben sie ihn angelogen, haben sein Vertrauen gewonnen und haben ihn dann hinterrücks, ne? Genau, aber damit ist Mohammed sowieso, nur durch die Geschichte schon ein Mörder und durch andere Geschichten sowieso. Ja, du musst dir mal anschauen, was der mit Asma bin Marwan gemacht hat. Was der mit Umkilfa gemacht hat, was der mit Abi Harit gemacht hat. Was der mit den ganzen Kritikern angestellt hat, die nur etwas gegen Mohammed gesagt haben. Unglaublich. Hast du dazu ein Video gemacht, durch diese Namen, die du gerade erwähnt hast, kann man das irgendwo finden? Weil ich kenne die Geschichte nicht, was du gerade gesagt hast. Ganz einfach, Mohammed und seine Kritiker, da kommst du schon auf sehr, sehr viele Beweise, ne? Also dann siehst du das schon. Gott sei Dank durch das Internet können wir ja Informationen miteinander ganz schnell tauschen. Im Zeitpunkt des Internets kann der Islam nicht mehr seine Schreckensherrschaft oder seine Lügensherrschaft dann fortführen. Ja, klar. Okay. Ja, okay, Mohammed, da wünsche ich dir alles Gute. Und was ich... Guck mal. Das machen die immer. Guck mal, was du sagen wolltest. Ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute. Und du warst auch ein Beitrag. Sagst du, Abdul Memra und Elia Nathan, Frühjahr 2017 Ende, dass ich auf euch gestoßen bin. Und Gott hat mein Herz geöffnet, dass ich auch eure Arbeit gesehen habe und dadurch auch noch geleitet wurde zur Wahrheit. Deswegen mach weiter. Du hast die beste Entscheidung deines Lebens getroffen, mein Lieber. Sehr gut gemacht. Guck sei Gott. Und mach deine Arbeit weiter, Bruder. Egal, was es ist. Und sei stark im Herrn. Egal, ob die Kämpfe kommen. Sowieso. Wenn ich keinen Gegenwind bekäme, dann würde ich mich ernsthaft fragen, ob das richtig ist, was ich mache. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, okay, Bruder. Dann wünsche ich dir Gottes Segen und alles Gute, Bruder. Gott segne dich und deine Familie. Halte immer mein Jesus Christus fest. Danke, mach ich, mach ich. Okay, ciao, ciao. Bete den Heiligen, bete den Gerechten an. Den ewigen Sohn Gottes. Wenn du ihn ehrst und ihn anbetest, ehrst du auch den Vater. Genau, unser Gott ist Yahweh, der Gott von Israel, nicht Allah. Amen. Okay, alles Gute, Bruder. Ciao, ciao, gell. Okay, mach's gut, ciao. Ciao. Hi, mein Lieber. Gott segne dich, mein Lieber. Danke. Wie oft gehst du pumpen in der Woche? Ich versuche immer so drei, viermal zu gehen, je nachdem, wie ich das zeitlich habe. Hast du mal Testo genommen? Was? Hast du mal Testo genommen? Lass mal zu coldfranky reingehen und dir Fitnessfragen stellen. Nein, das reicht halt raus, wenn du dich fragst, ob er Testo nimmt, er sagt illegalen Substanz, will er nichts zu tun haben. Was? Er sagt, mit illegalen Substanz will er nichts zu tun haben und er wird direkt sauer, wenn man das sagt. Deswegen fragst du dich. Ja, ihr habt ja recht. Es ist doch gut, dass er euch sowas dann auch sagt, dass ihr mit sowas nichts zu tun haben sollt. Das ist doch richtig. Was attestest du denn schlimm, hey? Was? Testo ist doch nicht schlimm, ist doch cool, testo. Ja, doch, klar. Wenn du dir zusätzlich da was reinpfeifst, ey, und dir intravenös da was gibst, das ist nicht in Ordnung. Versuch das mit Mühen halt und längerem Zeitraum, schaffst du das auch. Du musst halt diszipliniert sein, ne? Dieser Sport benötigt sehr viel Disziplin. Dings, Armi, ich würde dir empfehlen, dein Schnurrbart zu kürzen. Das wird krasser kommen, ja? Sag ich dir ehrlich. Ich kann dich extra wegen dir Menschen auf sechs Meter wachsen lassen. Gott segne dich, mein Lieber. Es geht schon wieder los, eine Rumtrollerei, ne? Hallo. Hi, mein Lieber. Gott segne dich, meine Familie. Danke, ich auch. Ich habe eine Frage. Ich habe gestern ein Video gesehen auf TikTok von einem Christen. Da meinte er, man darf nicht Jesus anbeten, sondern nur zu ihm reden. Stimmt das? Der Herr Jesus Christus sagt eindeutig, wer mich ehrt, der ehrt auch den Vater. Und wenn wir ihm die Ehre geben, so geben wir dem Vater die Ehre. Und was wir bitten in seinem Namen, das wird er tun. Also ich weiß nicht, wen sollen wir denn bitten um irgendetwas? Nur Gott allein. Und wenn der Herr Jesus Christus sagt, wenn ihr mich bittet in meinem Namen, so will ich euch geben. Ja, also überhaupt der Herr Jesus, eindeutig Gott zu sein. Okay, ja, nee, also ich wollte noch nachfragen, weil er hat dann irgendwie eine Zeile nachgeschlagen, wo dann stand, dass man vor Jesus niederknien darf und zu ihm reden darf, aber nicht zu ihm beten. Irgendwie sowas. Ja, wenn du zu einer Person redest, die überhaupt gar nicht anwesend ist, so schreibst du ihr ja Omnipräsenz zu. Eine Göttlichkeit oder nicht? Du kannst ja nicht einfach zu irgendjemandem sprechen, der gar nicht da ist im Endeffekt. Verstehst du, was ich meine? Es sei denn, er ist Gott. Du redest zu ihm. Er gibt ja keinen Sinn, oder nicht? Ja, eigentlich schon, ja. Nee, dieses Video habe ich gestern auf TikTok gesehen, deswegen wollte ich mal nachfragen, was du davon hältst. Ja, lass mich da nicht beirren. Du siehst, in Johannes 17,5, da sagt der Herr Jesus Christus, Vater, verherrliche du mich mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Du weißt ja, was verherrlichen bedeutet, oder? Wenn man jemanden verherrlicht. Der Vater hat also den Sohn verherrlicht, ehe die Welt war. Also der Vater bietet zum Sohn. Und sowohl der Sohn zum Vater. Okay. Und das lese ich auch in Hebräer Kapitel 1, Vers 8 bis 12. Das musst du dir auch, hast du die Bibel gerade zur Hand? Jetzt gerade nicht, ich bin gerade auf der Arbeit. Ja, merkt ihr das auf jeden Fall. Hebräer, Hebräerbrief, Kapitel 1, Vers 8 bis 12. Der Vater betet den Sohn an. Vers 8? Genau, ab 8 bis 12. Okay. Das habe ich mir aufgeschrieben. Sehr gut. Okay, alles klar, Dankeschön dann, gell? Okay, mein Lieber, Gott segne dich. Lass dich nicht verwirren von diesen Antichristen, ne? Mach ich nicht. Okay, ciao. Ciao, ciao. Ciao. Ich kann leider nicht so viel tippen. Ich bin auf der Arbeit. Ja. Ehre, Mann. Ja, aboschee. Ja, möge der Herr Jesus Christus jeden Einzelnen von euch segnen, ihr Lieben, dass es in dieser Zeit am Herrn festzuhalten ist, äh, ein Muss, ihr Lieben. Keine Ahnung von Bibeln, hilf dich aber. Hallo. So? Abel, ich hatte eine Frage. Einmal in dir. Gott segne dich und deine Familie. Dankeschön, Abel, ja. Ich hatte eine Frage. Ja? Was hältst du von Kreatin? Was ich von Kreatin halte? Ja. Kannst du nehmen, ja? Mach. Du musst nur schauen, wie du das einsetzt, ne? Wie lange du das machst und so, ne? Ach so, okay, tamam. Aber seien Sie mal ehrlich. Seien Sie mal ehrlich? Warum siehst du mich denn? Alles gut, egal. Seien Sie mal ehrlich. Olaf Scholz soll doch Dönerpreise ein bisschen runter machen, ja? Nein, wegen dir gehe ich da hin und sage, mach 10 Euro. Nein, Bruder, bitte nicht. Dönerpreise, ey. Mach dir lieber Gedanken um deine Ewigkeit. Wo du deine Ewigkeit verbringen wirst. Bruder, Döner einfach fast 8 Euro, Junge. Du wirst dann auf einmal dann sehen, wo du dann hinkommst nach deinem Tod. Hä? Was? Brausamste Ort, der je, wo du kannst dir gar nicht vorstellen. Warum nicht? Warum ich? Dann wirst du dich hier an meine Worte erinnern, als ich dir gesagt habe, mach dir Gedanken um deine Ewigkeit. Inshallah, ich komme in Jannah. Jetzt bist du noch jung, ich höre das raus, du bist noch sehr jung. Was denkst du mir, wenn ich bin? Aber eines Tages wirst du in den Tod gehen, der Tod ist sicher. Danach das gar nicht. Ja, ja, ich weiß. Wie, was denkst du, wie alt bin ich? Ich denke, du bist 22. Tschüss, Bruder. Nein, nein. Ich bin 51 rückwärts. 51? Ja. Das hat ein bisschen gedauert, ne? Unglaublich. Kind, ja, okay, 17. Hallo. Hi, mein lieber Gott, seht dich und deine Familie. Und dich auch, dankeschön. Wie geht's dir? Wie geht's dir? Ja, wie geht's dir? Was? Wie geht's dir? Danke, dem Herrn Jesus Christus sei lobt und dank, Alhamdulillah, Jesus. Wie geht's dir denn? Alhamdulillah. Ja. Wohin gehst du? Bist du Muslim, ne? Ja, Alhamdulillah. Bist du so geboren, nur reingeboren oder hast dich damit auch mal auseinandergesetzt? Nein, 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 ich bin so geboren. Ich bin so geboren, Alhamdulillah. Nee, hab ich noch nicht. Ja. Aber was hältst du denn, zum Beispiel, der Mohammed behauptet, dir ein Prophet zu sein? Und er sagt dann zum Beispiel den Hadithen, dass die Frauen Spermien haben, das dünn und gelb ist. Glaubst du auch an sowas? Ähm, guck mal, wie soll ich dir das genau erklären? Ich bin ein bisschen schüchtern, weil ich kenne dich noch von ABK, seine Videos, weißt du? Und jetzt hier sind 600 Leute drin. Aber was soll ich dir sagen? Ich finde dich jetzt persönlich so, meiner Meinung nach korrekt. Verstehst du auch, wenn du jetzt deine Religion hast? Ich bin ein Mensch, weißt du? Auch wenn, man muss nicht meine Religion respektieren oder sonst irgendwas, musst du aber schon Respekt haben innerlich. Verstehst du, was ich meine? Weil du möchtest ja auch nicht, dass ich über Christen schlecht rede. Verstehst du, was ich meine? Ja, würdest du vor einer Religion Respekt haben, die sagt, man sollte dich aufgrund deines Glaubens bekämpfen und von dir Schutzgeld erpressen? Würdest du so eine Religion so respektieren? Aber wo steht das denn genau? Hä? Wo steht das denn genau? In Zuge 9, Vers 29. Was hältst du denn von einer Religion, die sagt, kämpf gegen diejenigen, die nicht an Allah glauben? Ja, was soll ich dir sagen, ne? Ja, ist das nicht traurig? Ist das nicht traurig, anders Gläubige zu bekämpfen, aufgrund ihres Glaubens von den Schutzgeld zu verlangen? Also, ich habe gesagt, findest du so eine Religion gut, die auf einmal Andersgläubige bekämpft aufgrund ihres Glaubens und von dem Schutzgeld verlangt? Nee. Nee. Warum bist du dann noch Moslem? Weil ich so geboren bin und zufrieden bin mit meinem Leben. Da haben wir das große Problem. Warum setzt du dich nicht heute auseinander und guckst nach, was überhaupt der Islam ist, was der Islam aussagt? Und dass du deine Seele in Sicherheit bringst durch den Herrn Jesus Christus, der stellvertretend für dich bezahlt hat? Du kannst ja jeden Tag in den Tod gehen. Weißt du, was ich unbedingt wissen will? Weißt du, guck mal, ich mag dich wirklich, aber ich will wissen, woher du diese Sachen erfindest unbedingt. Verstehst du? Woher du diese Sachen erfindest? Ja, oder wo du generell die hast. Ja, du siehst, dass ich gerade den Koran effizieren lasse. Wo steht sowas? Ich habe sowas noch nie gehört. Ja, sag ich doch, Sura 9, Vers 29. Was? Ich habe dir doch gerade eben gesagt, ich habe das aus dem Koran zitiert. Aus dem Koran? Ja, Sura 9, Vers 29. Dankeschön, ihr Lieben. Danke, danke. Möge der Herr Jesus Christus euch segnen. Du aber selber warst auch Moslem, ne? Ja, genau. Ich habe mich hingesetzt eines Tages und mir lag etwas an meiner Seele. Und dann habe ich diese ganzen Dinge herausgefunden, ne? Und habe mir gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Das ist nicht die Religion von Gott. Was ist das für ein Glaube? Woher kommt diese... Was ist das für eine Religion, Mann? Du siehst auch zum Beispiel, dass der Mohammed behauptet hat, dass das Sperma aus dem Rückgrat des Mannes und aus den Rippen der Frau kommt. Das ist eine absolute Katastrophe, ist das, Mann. Was soll ich dir sagen? Ich habe gedacht, ich komme hier rein, ich unterhalte mich ein bisschen mit dir. Ich wusste jetzt nicht, dass wir jetzt durchgehend über Religion reden. Wollah wurde doch schon auseinandergenommen. Der liebe Junge kommt hier rein, da kriegt der so eine richtige Packung vom Feinsten, was der Mohammed so alles behauptet hat. Ich wusste jetzt nicht, weil ich hatte eine 6 in Deutsch. Deswegen. Was hast du, eine 6 in Deutsch? Ja, du hast mich komplett auseinandergenommen. Ich habe dich mehrmals nicht verstanden. Mein Lieber, setz dich damit heute auseinander und prüfe, ob der Islam überhaupt von Gott ist. Und ich gebe dir die Garantie, wenn du das machst, dich hinsetzt, aufrichtig, mit aufrichtigem Herzen, wirst du Jesus Christus am Ende des Weges binden. Und ich würde mich sehr für dich freuen, dass du eines Tages eine Entscheidung für ihn triffst. Guck mal, ich danke dir für deine Empfehlung. Guck mal, ich danke dir für deine Empfehlung. Aber ich bin einer, ich schätze mein Leben. Genauso wie ich geboren bin. Verstehst du, was ich meine? Ich bin zufrieden, so mit meinem Leben, wie ich lebe. Ich lebe, hamdolillah, gesund. Verstehst du? Und das ist das, was zählt, weißt du? Ja. Betest du fünfmal am Tag? Sei doch ehrlich. Bitte was? Betest du fünfmal am Tag? Sei ehrlich. Ja. Warum lügst du mich gerade an? Nee, ich lüg dich nicht an. Ich bitte fünfmal am Tag. Ich habe zwar den Koran nicht richtig gelesen, verstehst du? Weil ich verstehe die koranische Sprache nicht. Aber ich habe das, ich fange jetzt, äh, jetzt, jetzt zur Zeit fange ich ein bisschen an. Verstehst du auf deutsche Übersetzung? Ja. Verstehst du? Aber findest du das gut? Aber findest du das gut, dass dann Muslime aufgrund ihres Nichtbetens dann massakriert werden sollten, oder was? Boah, Bruder, du mich wieder auseinander, ja. Ja, das ist so. Die Suche 9 Vers 5 besagt, ich weiß ja nicht, welcher Rechtsschule du angehörst. Von welcher Rechtsschule kommst du denn? Boah, Bruder, das Ding, ich verstehe dich nicht, Bruder. Wie, du verstehst mich nicht? Welcher Rechtsschule folgst du denn? Du bist doch ein sunnitischer Muslim, oder nicht? Folgst du dem Maliki, Hanafi, Hanbali, Shafi? Welcher Rechtsschule folgst du denn? Den Shafi. Wie siehst du? Und Imame Shafi nahm den Vers nur in 9 Vers 5 als ein Beweis, jeden zu killen, der es wagt, aufzuhören zu beten. Unglaublich, ne? Ex-Muslim, kannst du mir ein Gefeind tun? Ja, was denn? Können wir uns ein bisschen lieber was anderes unterhalten? Ich bitte dich, nur ganz kurz zu persönlich. Ja, du weißt ja, dass das mein Content ist. Ich versuche dir ein wenig die Aufsicht, weil du den Koran noch niemals gelesen hast. Das ist das Problem. Nein, guck mal, ich weiß, dass das dein Content ist. Ich feiere das auch. Ich sage, ich bin ein ehrlicher Mensch. Ich kenne dich von ABK damals, weißt du? Bist du gerade am Smoken, oder was? Ne, ich brauche gerade eine Zigarette. Ach, du Heilige. Amt, du dich am Muslim. Hör auf, mach diese blöde Dreckding da aus, ey. Warte, ich mach... Wir werden auch gesperrt wegen dir, ey. Nein, nein, nein. Wenn ich jetzt im Live rauche, wenn ich im Live rauche, dann ja. Weißt du, wenn man das raus sieht, dann ja. Aber wenn ich zur Seite Kamera halte, dann nicht. Ja, aber du sollst allgemein nicht deinen Körper verunreinigen, verdreckt mit sowas, ey. Ja, das sollten viele nicht. Du sollst aufhören damit. Irgendwann mal kommt, inshallah, die Zeit. Oh, Roses. Danke, der... Was bringt es dir? Du bezahlst dir deinen eigenen Tod, Mann. Das ist der Wahnsinn, denn. Komm, ihr Lieben, Tipico machen. Kommt jetzt. Wir müssen wieder Tipico machen. Komm. Auf geht's, ihr Wundervollen. Auf geht's, ihr Wundervollen. Ihr Gesegnet des Allerhöchsten. Wie viele Muslime hier drin sind auf einmal, ey. Kärfer. Du bist ein Kärfer, ey. Let's go. Wie geht's, Cheikh MPC heute? Ja, sehr gut. Oh, Roses. Oh, Roses. Der Arm ist einfach nur unwissend. Ist bestimmt ein ganz lieber, ja. Sehr, sehr heftig, ey. Lieblingsvers aus der Bibel. 1. Johannes 4, 7. Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott. Und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Wer nicht liebt, der hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Amen. Amen. So, was davon kann der Islam nur träumen. Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott. Und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Wer nicht liebt, der hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Das ist mein Lieblingsvers aus der Bibel. So macht Dr. Cheikh Abu Amir das. Der beste Cheikh, den Deutschland jemals hatte. Welcher Versnummer ist das? 1. Johannes 4, 7. Danke, Liebe. Oh, Roses, Roses. Ja, du Paulus-Anbeter. Ja, du Mohammed-Anbeter. Die Muslime sprechen in ihren Gebeten zu Mohammed. Assalamu alaikum. Hey, Yohannabe. Wie könnt ihr zu einem Toten beten? Oder sprechen? Er ist doch tot. Er hört euch doch nicht. Oder ist er Gott? Hier, dann mache ich lieber ein bisschen die Handeln. und lese mir ein paar Kommentare von Baklava durch. Wo ist Baklava, wenn man den braucht? Baklava, wo bist du? Baklava. Ja, siehst du, die Muslime können es nicht ertragen. Hier, dann mache ich lieber ein bisschen Handelheben. Oh, TikTok. Der ist am Schlafen. Der kommt gleich bestimmt, der Baklava. Aber der, der, äh, der Vers, der Verse, äh, für die Gottheit des Herrn Jesus ist ja 1. Johannes 5, 20. Wir wissen, dass der Sohn Gottes gekommen ist, um uns Verständnis zu geben, den Wahrhaftigen zu erkennen. Und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Amen. Jesus Christus ist der wahrhaftige Gott und wird am Tage der Auferstehung Allahs Bein zerbrechen. Allahs Schienbein wird den zwei Hälften zerbrechen. Der wird auf Allahs Fuß treten. Auf seine zwei rechten Hände wird er schlagen. So wird das gemacht vom Herrn. Was redest du? Oh, Gigi, 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 Gigi. Ja, der Herr Jesus Christus ist der ewige Sohn Gottes, der Mensch wurde. Der von den Engeln verehrt wird. Die Engel beten ihn an. Alle, alle Geschöpfe vom Herrn Jesus Christus werden sich alle Knie beugen. Im Himmel und auf Erden und unter der Erde. Und bekennen, dass der Herr ist zur Ehre Gottes des Vaters. Wir sollen aber so gesinnt sein, wie Christus Jesus auch war. Der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht für einen raubfestigen Gott gleich zu sein. Sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam. Ja, gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn auch Gott über alle Maßen erhöht und ihn einen Namen verdient, der über allen Namen ist. Damit in dem Namen Jesu Christi sich alle Knie derer beugen, die auch im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Und mit ihren Zungen bekennen, dass er der Herr ist zur Ehre Gottes des Vaters. Amen. Amen. Alle Knie werden sich beugen. Nicht vor Allah, sondern vor Jesus Christus. Den ewigen Gott, der Mensch wurde, um für uns zu bezahlen. So macht Dr. Scherf das. beer Gerhardt seeds, und esser Christus. Also zerstört, seid ihr. Ich geb es dann die Beже. Bäalom. Und, jemand will, dass er Christi, die jungkitsverschmuseum, eins reinstrmeten, ein Tricksal Enterprise. Und, wenn du durchbringst, kannst du dich, dein Herz Anthony Christus beugen, denn zum Teil desshojans für die千wudste. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich bin noch nicht Gott. Der Herr Jesus Christus wird euch die Augen öffnen. Ihr werdet die Wahrheit erkennen, den Herrn Jesus Christus, und die Wahrheit wird euch freimachen. Oh, Tick-Tack. Lieg dich auf, Abi. Hast du dich dumm geschaltet? Nee, dumm nicht. Höchstens stumm. Hören wir uns das nochmal an, damit die Muslime das auch hören. Damit die Muslime das Wort Gottes hören und erkennen, wer der Herr Jesus Christus ist. Philippabrief Im Anfang war das Wort. Der Brief des Apostels, Papst, ist vergemacht fest. In der herzlichen Liebe Jesu, damit ihr prüfen könnt, worauf es ankommt, sodass ihr lacht und bei allen über die Bezirk. Gut zu hören, Muslime. Gibt es nun bei euch Ermahnung in Christus? Gibt es Zuspruch der Liebe? Gibt es Gemeinschaft des Geistes? Gibt es Herzlichkeit und Erbarmen? So macht meine Freude völlig, indem ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt. Ein Momentum. Gibt es Herzlichkeit und Erbarmen? 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 Gibt es Herzlichkeit? Eiev Gibt es Herzlichkeit und Erbarmen? Gibt es Sprachf встретoren und er chime störst mir weg, damit ein Segen Profond und Erbarmen? Vielen Dank. 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 Okay. Okay. Genau. So. Okay. 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 People in time. Okay. Yeah. Those aresen. Yes. Ja, das finde ich klasse. Also wie du auch so diskutierst und so, das ist schon cool, wie du das machst. Gott segne dich alle Ehre, Herr Jesus Christus. Müssten alle so sein wie du, Amir. Hast du deine Entscheidung für Jesus Christus getroffen? Natürlich. Ich bin getauft, hatte Kommunion, gefirmt, alles. Ja, hast du den Herrn Jesus Christus bewusst in deinem Herzen angenommen? Hast du Buße getan? Ja, klar. Wir sind alle Sünder, das weißt du, Amir. Ja, ja, das ist klar. Das meine ich nicht. Ich meine nur, gab es einen Tag in deinem Leben, wo du den Herrn Jesus Christus bewusst angenommen hast und gesagt hast, Herr Jesus Christus, ich nehme dich heute als mein Herr und Heiland an. Ich glaube an das, was du für mich am Kreuz getan hast und nehme deine Gnade, das Geschenk der Gnade, nehme ich an, Herr. Reinige mich von aller Ungerechtigkeit, die in mir ist, Herr Jesus. Also ich weiß, es hört sich jetzt ein bisschen skurril an, aber ich hatte schon einige Träume und danach bin ich wach geworden. Und da habe ich mich dann auch erst bewusst da richtig für entschieden. Okay, ja. Na, also ich weiß es nicht. Wenn du das bewusst gemacht hast, dann ist es gut. Nee, ich wollte dir einfach nur Props geben, ne? Mach weiter so wie du bist, ne? Danke dir, mein Lieber. Gott segne dich und deine Familie. Ja, dich auch. Ciao, mach gut. Mach's gut, ciao. Ah, Shooter. Der war auch lange nicht mehr bei mir drin. Biss im Rutzlärm. Shooter. Shooti. Ah, jetzt ist er rausgegangen. Shooti. Das heißt, sei ruhig auf Jugoslawisch. Shooti. Shooti, bre. Wo sind meine Jugos hier? Gibt's auch Jugos hier drin? Ja. Wo sind meine Jugos? Where are my Jugos? Ja, genau, Jugos. Alhamdulillah, Jesus. Weiter im Programm, Muslime. Hört zu. Wo war ich stehen geblieben? Philipp war zwei. Damit ihr wisst, wer der ewige, ewige Sohn Gottes ist. Ich hab mir keinen Fall. Heute völlig, indem ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und auf das eine bedacht seid. Tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des Anderen. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie ein Raubfest gilt, Gott gleich zu sein. Sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über alle Namen ist. Damit in dem Namen Jesu sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Amen. Darum, meine Geliebten, wie ihr alle Zeit gehorsam gewesen seid, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zittern. Denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt nach seinem Wohlgefallen. Seinem Wohlgefallen. Tut alles ohne Murren und Bedenken, damit ihr unsträflich und lauter seid, untadelige Kinder Gottes, inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter welchem ihr leuchtet als Lichter in der Welt, indem ihr das Wort des Lebens darbietet, mir zum Ruhm auf den Tag des Christus, dass ich nicht vergeblich gelaufen bin, noch vergeblich gearbeitet habe. Ihr Muslime, ihr habt niemanden in der Stelle vertreten für euch bezahlt. Ihr werdet am Ende eure Seele aufs Spiel setzen und da gibt es keinen Retter für euch. Die Christen haben ihren Retter angenommen, die Christen haben ihren Retter erkannt und folgen ihm nach. Jesus Christus. Ihr werdet nur dem Richter Jesus Christus begegnen. Unglaublich. Aber keine Sorge, mein lieber Muslim. Wenn du vor Allah stehst, dann wird der uns anstatt dich in die Hölle werfen. Da kommen Muslime mit Berg voller Sünden und dann wird Allah hier uns anstatt sie in die Hölle schmeißen. So krank. So krank. Untertitelung des ZDF, 2020 Sahih Muslim, Buch 37, Hadith 6665 Sahih Muslim, Buch 37, Hadith 6665 Allah wird anstatt die Muslime uns in die Hölle schmeißen für ihn, damit er gerettet ist. Ist das krank? Ist das nicht der, der heimlich Shisha-Bah eröffnen wollte? Nur für dich wollte ich das machen. Ja, da seht ihr mal, was der Allah da macht. Er ersetzt uns, er ersetzt die Muslime mit uns an ihrer Stelle. Aber Gott sei Dank hat der Jesus Christus uns aus diesem Wahnsinn befreit. Und wir dürfen leben nach unserem Tod. Halleluja. Jogu Betrugu. Anders kam der Fame nicht. Was hast du da an? Ein T-Shirt. Ah mein, anders kam der Fame nicht. Schönen guten Morgen. Guten Morgen, mein lieber Gott segne dich. Dich auch, dich auch. Dich und deine 500 Gäste. Danke. Können wir uns ein bisschen friedlich unterhalten? Ja, natürlich. Ich will immer in Frieden. Und so kann ich mich unterhalten. Ja, also ich verteidige eigentlich, also ich verteidige wirklich alle Menschen, die an Gott glauben. Ja. Ob das Jeside ist, ich bin ja ein Jeside, ne? Ob das Christ oder Moslem ist. Kannst du mir sagen, wer Mohammed für dich ist, wenn du Jeside bist? Also was für mich, was für mich Mohammed ist, Mohammed ist nicht mein Prophet, nicht meiner. Ja, aber du glaubst, dass er ein Prophet ist? Es ist nicht mein, es ist nicht mein Glaube, ob ich da dran glauben soll. Es ist Moslem sein Glaube da dran. Ja, aber Jesiden akzeptieren doch Mohammed nicht als Propheten. Ja, hab ich doch gerade noch gesagt. Es ist nicht mein Recht. Ja, kannst doch. Da kannst du doch ganz normal sagen, für mich ist er kein Prophet, oder? Damit werde ich Moslem beleidigen. Und es ist nicht mal, andere Menschen zu beleidigen. Das ist doch deine Überzeugung, warum stehst du nicht dazu? Nein, guck mal, ich möchte, ich möchte einfach ganz... Ja, ja, ich möchte, ich weiß. Ich weiß, schön tarnen und hier reinkommen, als würdest du kein Moslem sein. So kaputt ist das Ganze, ey. Ja, wenn ich einen Jesiden frage, der sagt absolut nein, Armin. Der Mohammed war niemals ein Prophet. Er hat gedacht, er wäre ein Prophet, aber er ist kein Prophet. Und das, was er den Muslimen hinterlassen hat, ist eine einzige Katastrophe. Hi, guten Morgen. Guten Morgen, mein lieber Gott, segne dich und deine Familie. Äh, danke schön. Aber warum lässt du die Leute nicht ausreden eigentlich? Er hat doch nichts gesagt. Hab ich doch gerade. Aber wenn jemand so drauf ist und nicht dazu steht und sagt, er ist Jeside und er sagt, ja, was soll ich denn jetzt sagen? Er sagt doch einfach, ja, für uns ist er kein Prophet. Und jetzt steht er auch dazu. Ja, aber er will doch die Muslimen damit nicht beleidigen, hat er gesagt. Ah, das ist eine Beleidigung? Okay, bist du Muslim? Ich bin Muslim, ja. Okay, ist Jesus Christus der Sohn Gottes? Nein, aber er ist ein Prophet. Aha, das ist eine Beleidigung für mich. Warum beleidigst du uns und die Christen jetzt gerade? Das ist doch keine Beleidigung. Jesus war doch ein Mensch. Aha, und wenn ich sage, Mohammed war kein Prophet, das ist aber eine Beleidigung. Das ist mir egal, wie du das sagst. Das tut mir nicht weh, weil du musst nicht daran glauben. Ich glaube nicht. Ist doch egal. Du siehst also, mit was für einer Logik du um die Ecke kommst. Wieso, was habe ich denn jetzt falsch gemacht? Wenn du sagst, dass Jesus Christus der Sohn, nicht der Sohn Gottes ist, dass er nicht Gott im Fleisch ist, dass er nur ein Prophet ist, das ist eine Beleidigung für Christen. Da hast du kein Problem, das auf einmal so zu äußern. Aber wenn wir sagen, Mohammed war nie ein Prophet und wir haben die Beweise aus dem Koran, da regt ihr euch auf. Aber guck mal, das war für den Mann, der vor mir hier war, für ihn, er sieht das als eine Beleidigung gegenüber Muslimen. Ich, für mich ist das egal, was du über Mohammed denkst. Ob du glaubst, der ist ein Prophet oder kein Prophet, ist mir völlig egal. Ja, okay. Aber wir können ja frei äußern und sagen, Herr Mohammed ist für mich kein Prophet. Warum ist das denn für dich eine Beleidigung? So gut kann es auch, wie ich dir gerade erklärt habe, wenn du sagst, dass Jesus Christus vor allem Christen, wenn du das sagst, dass Jesus Christus nicht der Sohn Gottes ist, das ist eine Beleidigung für ihn, weil seine Bibel ihm sagt, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Ja, aber es tut mir leid, in meinem Glaube ist Jesus vorhanden, ja, als Prophet. Ah, siehst du, in deinem Glaube, du stehst zu deinem Glaube, genauso stehen wir zu unserem Glauben und sagen, Mohammed ist laut Bibel wie ein Prophet gewesen. Und das dürfen wir ja wohl frei äußern, oder nicht? Ohne dabei massakriert zu werden, oder was? Alles gut, ihr könnt ja machen. Ja, für dich ist alles gut, aber du siehst, dass die Christen und alle Andersgläubigen in den islamischen Ländern am Leiden sind, man. Ja, überall gibt es Leid auf dieser Welt, nicht nur bei Menschen. Nein, aber du weißt doch, dass der Islam die einzige Religion ist, die die Christen hardcore verfolgt. Das stimmt überhaupt gar nicht. Ja, wie, das stimmt überhaupt nicht. Du siehst doch, wie die islamischen Länder mit Christen umgehen. Das kannst du doch nicht leugnen. Wo denn zum Beispiel? Wo denn? Pakistan, Sudan, Afghanistan, Jemen, Saudi-Arabien, was bitte noch, Iran? Ja, aber ich kenne mich da leider nicht aus, aber auf jeden Fall bei uns in Marokko ist... Ah, jeder, weil man kenne sich wieder nicht aus, ne? Nur, ich kenne jetzt nur von uns Marokkaner, aber wir haben überhaupt keine Probleme mit Christen, die dort leben. Oder Jugend oder sonst was. Kann ich zum Beispiel, können wir zum Beispiel in Marokko so einfach normal predigen und sagen, Jesus ist der Sohn Gottes, kommt und nehmt den Herrn Jesus Christus an als euren Retter und so. Was weißt du, was mit ihm passiert in Marokko? Gar nichts, denn Marokko ist demokratisch eingestellt. Da wird dir gar nichts passieren. Aber mir würde nichts passieren, ne, Marokko, wenn ich so sagen würde, Allah ist nicht Gott, Mohammed war nie ein Prophet, also die würden mir nichts antun, ne? Ne, da wird dir gar nichts antun, wir sind ja nicht irgendwo, ich weiß nicht, woher kommst du denn eigentlich? Die würden dich streichen und sagen, Dr. Scheer, auch Mohammed, mach weiter, so, gar kein Problem. Hier in der Moschee kannst du doch predigen, kannst du sagen, dass Allah nicht Gott ist, dass Mohammed nie ein Prophet war, dass er gelogen hat, gar kein Thema, komm, Dr. Scheer, aber mach mal. Nein, in der Moschee kannst du doch nicht bringen, du kannst doch nicht in der Moschee gehen und so. Das war jetzt in Übertragung. Das kannst du auf der Straße machen. Selbst in der Straße, selbst in den Straßen, wenn ich auf dem Markt einfach so schreien würde, Jesus ist der Sohn Gottes hier, die würden mich aufhalten und sagen, was, das ist schick. Nein, die würden dich auslachen, die würden denken, du bist verrückt. Ja gut, aber was machst du denn, wenn ich auf einmal Beweise aus Koran und Sunnah bringe und alles? Meinst du, dann würden die immer noch lachen? Nein, nein, das kannst du, glaube ich, nicht. So ein Thema könntest du zum Beispiel mit Per Vogel oder so, weißt du, ausdiskutieren, aber nicht mit so einem Unwissenden wie ich, also am besten mit so einem Gelehrten, weißt du, dann kannst du gerne so mit denen sowas ausdiskutieren. Ja, aber wir sind doch noch nicht mal tief in der Materie eingegangen. Ich darf da noch nicht mal das Koran festzitieren. Ich habe da nur lediglich gesagt, dass der Islam, beziehungsweise die islamischen Länder, das sehr katastrophal mit Christen umgeht. Und hier haben wir noch nicht mal eine theologische Debatte aufgemacht. Das hat doch nichts mit Unwissenheit oder Wissenheit zu tun. Allein nur die Tatsache von der menschlichen Perspektive, dass ihr Christen verfolgt, ihr Muslime. Nein, wie das der Fall ist, ja, wie das wirklich jetzt der Fall ist in irgendwelchen Ländern, dann hat das aber gar nichts mit dem Islam zu tun. Dann hat das vielleicht was mit der Mentalität zu tun. Ja, aber Mohammed hat das auch selber gesagt, vertreibt die Juden und die Christen aus ihrem Wunsch, denn? Und lasst nicht als Muslime drinnen. Wie, das kommt also nicht von Mohammed? Nein, 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 die Christen, wer sollen die Christen, wer sollen die Christen vertreiben, das stimmt doch überhaupt nicht. Nee, gar nicht. Ja, von Mohammed hat das doch gesagt. Nee, auf jeden Fall, guck mal, du kommst mir sowieso vor, ob du, du sagst zwar, du bist ex-Muslim, du bist aber, glaube ich, Aramier oder so, so wie, wie ich dich jetzt vom Äußeren betrachte. Du hast mit, du warst nie Muslim. Das glaube ich nicht. Ja, nur du bist Muslim, sonst gibt es keine Muslime auf der Welt. Es gibt auch niemanden, der den Islam verlässt und mit seinem Gesicht hier aufbindet. So, so ist das, ne? Es gibt doch zig Ex-Christen und die reißen doch gar nicht ihren Mund. Nein, das sind auch keine, das sind auch keine Christen gewesen, siehst du, kann ich auch sagen. Ja, ja, von mir aus, ja, von mir aus bist du halt ex-Muslim, aber es gibt doch zig Christen, die waren, die waren Christen, die sind jetzt Muslim, sowohl als auch. auf jeder Seite gibt es sowas. Christen, die zum Islam konvertieren, aber auch Muslime, die zu Jesus finden. Verstehst du? Sowohl auf dieser Seite als auch auf der anderen Seite genauso. Naja, auf jeden Fall, ich wünsche dir einen schönen Tag noch. Ich kann mit dir leider nicht überreden. Ich wünsche dir auch. Ich wünsche dir auch. Ich wünsche dir auch. Ich wünsche dir auch. Ciao. 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 Bis Lerma. Bis Lerma. Ciao. Die Leute wollen es nicht begreifen, wo dieser Wahnsinn herkommt mit der Christenverfolgung. Allein der Koran gebietet das schon in Zürich 9, Vers 29, dass man Juden und Christen bekämpfen sollte aufgrund ihres Glaubens. Also wovon reden wir da? Und ich habe noch nicht mal eine theologische Debatte aufgemacht. Ich habe einfach nur an der Oberfläche gekratzt. Ja, traurig, ne? Traurig, dass die Muslime das nicht wahrhaben wollen, dass die Christen in ihren Ländern wie Dreck behandelt werden. Ja. Ja, traurig, ne? Ja, traurig, ne? Ja. Ja, traurig, ne? Ja, traurig. Vielen Dank. 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 machen wir weiter Vielen Dank Vielen Dank. 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 Hey, 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 sowas bitte hier nicht sagen. Was wird Jesus von meinem... Stummschaltpaket gebucht. 3, 2, 1, Stummschaltpaket, go! Der Merz, der Merz hat sich direkt ausgemerzt. Armin, lies Bukhali 3849. Lies mal bitte, zeig mal, was steht da. Alexa antwortet, was steht in Bukhali 3849. Boah, Dr. Schäger, aber mir geht's heute überhaupt nicht gut. Ah, hier hat jemand noch ein Stummschaltpaket gebucht. Stummschaltpaket, let's go! Dankeschön, gute Besserung, danke. Ah, ja, ich hab gestern, war ich fast am Verglühen in meinem, äh, im Bett. Alles rausgeschwitzt. Und jetzt, ich hab gestern, war ich fast am Verglühen in meinem, äh, im Bett. Wo ist das, schiesa-tabak? Der beste schiesa-tabak, he? Was ist das? Gut, gut. Ich glaube, es ist ein sehr guter Flavor. Ja, auf der Suche nach dem Beste, vom Beste. Vielen Dank. Oh, beste Flavor habe ich wieder mitgebracht. Beste Tabak. Alexa antwortet, ich mache mal auf meinem alten, auf den Ersatz-Account, pin mal bitte meinen Kommentar an. Damit die Leute wissen, dass das mein Ersatz-Account ist. Wenn Mohammed-Volk geht, verloren. Wer Jesus-Volk bekommt, ewiges Leben. Amen. Kurz und bündig. Oh, was für ein Flavor, was für ein Flavor ich hier mitbringe für euch, eure Shisha-Tik-Tok-Muslime. Den Besten der Besten. Was für ein Flavor. Dr. Dr. Schere Abouame geht zu den heftigsten Firmen und holt den besten, allerbesten Tabaksorten für euch. Ah, wir vergessen nicht heute Freitagsgebet, ja. Komm, was ist denn los mit euch? Wir müssen Tipico machen, Leute. Lasst uns direkt mal loslegen, ihr Wunder von Gesegneten des Allerhöchsten. Wir müssen die Finger zum Brennen bringen. Burning Fingers. Oh, Hantel. Jesus ist gut, sehr gut. Amen, so sieht es aus. Jesus ist gut. Jesus ist gut, sehr gut. Amen. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Heute geht es mir nicht so gut. Warte, ich komme gleich wieder in Fahrt. Ich muss nur ein bisschen meinen Fieber besiegen, ihr Lieben. Warte, ich nehme mal kurz eine Tablette oder was. Ehrlich. Kann doch wohl nicht wahr sein. Ich muss kurz eine Tablette zu mir nehmen. Da kann ich wieder gut hitzen. Kamelurin hilft. Ja, genau. Kamelurin. Bei dir gibt es bei dir gibt es den besten Content. Bei wem denn sonst? Ohne welches TikTok langweilig, ey. Crazy Deluxe ist auch wieder hier drin. Der ist schon wieder sein Unheil hier am Treiben, ne? Guten Morgen, Dr. Ja, guten Morgen, Dr. Scheich. Ja, guten Morgen, Scheich, dein Budi. Ich hoffe, dir geht es gut, mein Freund. Ja, na sicher. Na sicher. Gottes Segen, mein Bruder. Gottes Segen auch an alle im Chat. Ja, Gottes Segen auf dir. Gottes Segen auf dir. Aber heute ist Dr. Ferah Mohammed mit Fieber. Ihr wisst ja, was Mohammed gesagt hat, wo das Fieber herkommt, ne? Ja. Wer weiß das von euch, wo das Fieber herkommt? Nicht sagen, Scheich, dein Budi. Natürlich nicht. Wer von euch weiß, was Mohammed gesagt hat bezüglich des Fiebers? Woher das Fieber kommt? Wer wird Islamist? Erste Frage, schaut raus. Vom Satan? Nein, nicht vom Satan. Von Lilith? Nein. Von Lilith? Sag es uns. Ja, der Mohammed hat behauptet, dass wenn jemand Fieber hat, dass das aus der Hölle kommt. Das kommt aus der Hölle. Also alle die Muslime, die ihr Fieber haben, wisst ihr, dass die Hitze aus der Hölle kommt. Scheich, dein Budi. Geh mal bei Söderdorf. Komm rein und gib mal ein. Fieber. Warte. Fieber. Warte. Fieber. Fieber. Night Fieber. Night Fieber. Night Fieber, Night Fieber, Night Fieber. Stefan Budi, wer ist der beste Steher von ganz TikTok? Sag mir. Sofort. Nach dir komme ich dran. Du hast dir deine Spuren schon eher verdient. Du hast dir deine Spuren schon verdient. The Prophet said, Fieber is from the heat of the hell. Fieber. Ja, genau. Ist er. Warte, du hast dir das gemacht. Ja, klar. Ja, mach mal. Mach dich dann groß. Night Fieber, Night Fieber. Mach deine Kamera an. Ja, freilig. Warte. Freilig, bevor ich dir ausraste. Oh, Halt. Dominik, send a Halt. Und Mohammed war auf anderen Level. Ja, genau. 24 Mal. Armin, Kämpfer. Amen. Der Kämpfer des Herrn. Ehrlich. Wer hat Koran geschrieben? Ja, das ist eine gute Frage. Oh, TikTok. Hast du Chef der Budi? Oh, Halt. Chef der Budi. Ja, guckt ihr, Lieben. Das Fieber kommt aus der Hölle. Die Hitze des Fiebers kommt aus der Hölle. Der Dr. Scherer, Mohammed hat alles in seinem Kopf. Zai al-Bukkake. Zai al-Bukkake. Bukkake. Zai al-Bukkake. Zai al-Bukkake. Fieber. Fieber is from the heat of hellfire. So a bit fever with water. Ja, genau. Lindert dann Fieber mit Wasser. Yes. Fieber is medicine. Steht hier. Water is medicine. Es sei denn, es ist ein toter Hund drin und vom Blut befleckte Menstruationskleidung. Dann ist Wasser... Ja, schreib mal, schreib mal, schreib mal da rein, dead dogs. Schreib mal da rein, dead dogs. Warte. Dead dogs, dead dogs, Menstrual... Warte, ihr Lieben, wir müssen eine halbe Million voll machen, ihr Lieben. Vor eine halbe Million voll. Water is fine, but water is pure. Water is pure and makes it not impure. Water is pure and cannot defied by anything. Hier haben wir den Wasserspezialist in Mohammed. The people asked, the messenger of Allah, can we perform ablution out of the well of Buddha, which is a well into which his menstrual closes, dead dogs and stinking things were thrown. He replied, water is pure and is not defied by anything. Kann ich das auch gleich auf Deutsch machen? Ja, das ist heftig. Ihr Muslime, der Mohammed sagt, ihr könnt in einem Drecktümpel euch waschen und Voodoo machen, wo tote Hunde drin liegen, menstruationsbepflegte Klamotten und Müll reingeschmissen wurde. Stinkige Sachen, sticky things. Ist das so fassend? Bruder, ich mach das mal mit meinem Laptop. Dann kann es auch direkt auf Deutsch übersetzt werden. Dann können auch die Muslime, die wohl kein Englisch können, weil Englisch ist die Sprache des Teufels, dann können auch die das verstehen. Whoopi. Zaki. Mashallah, mashallah, ja. Tote Hunde, ja. Also da schwimmen tote Hunde herum und menstruationsbepflegte Klamotten und Müll vom ganzen Dorf und Mohammed macht da drinnen Voodoo, hier. Sich waschen. Bruder, ich hab gestern Dinge, hier soll ich zeigen, einen Haufen, ich fange eine neue Serie an. Die wunderschöne Welt der islamischen Hadife. Guck, Bruder. Das ist meine neue Serie. Schau mal. Warte, schau hier. Habe ich neu angefangen? Die wunderschöne Welt der islamischen Hadife. Guck mal, wie professionell, Bruder. Thema 1, Breastfeeding. Dann geht's da los. Wenn du ihn säugst, wirst du ihn unrechtmäßig. Das Gefühl, das Abu Haudaifa in seinem Herzen hat, wird verschwinden. Mohammed sagt also, wenn du Besuch kriegst von einem Mann und er ist irgendwie so scharf auf dich, du kriegst es weg. Also er ist dann nicht mehr Mahra für dich. Also du darfst dann nicht mehr mit ihm was haben, wenn du ihn stillst. Boah. Boah. Schäfer, wo war nochmal der Hadith, wo in Bukhari steht das? Wenn du zum Beispiel falsche Zeugen bringst, dann ist die Ehe gültig. Also du kannst dir ein Mädchen schnappen, zwei falsche Zeugen und dann gilt die Ehe. Ja, genau. Das ist so geisteskrankt, ey. Das ist so geisteskrankt, der Islam, ey. Genau. Das ist in einem Video von Rob drin gewesen. Du kannst Dinge fake. Im Islam ist es anerkannt, wenn du fake Zeugen bringst, dass du heiraten kannst. Ich muss das Video nochmal dafür angucken. Ich weiß nicht mehr genau, wie der hieß. Aber Bruder, ist das hier nicht der schlimmste Hadith? Schau mal bitte das an. Mohammed wusste nämlich ganz genau, was er da macht. Guck mal, was Mohammed sogar sagt. Es ist das Beste. Guck mal hier. Guck mal, wie heftig das ist. Wie heftig. Hier. Aisha, Allah sei mit ihr zufrieden. Warte hier, dann habt ihr auch noch die Hadith Nummer 2, Muslim, 1543 A. Aisha, Allah sei mit ihr zufrieden, berichtete, dass Sahra bin Zuhail zum Allahs gesandten kam, Friede sei mit ihm und sagte, Gesandter Allahs, ich sehe auf dem Gesicht von Abu Hudayfa, Ehemann von Sahra, Zeichen des Ekels, wenn Salim, der ein Verbündeter ist, in unser Haus eintritt, woraufhin der Gesandter Allahs sagte, säuge ihn. Sie sagte, wie kann ich ihn säugen, wo er doch ein erwachsener Mann ist. Der Gesandter Allahs lächelte und sagte, ich weiß bereits, dass er ein Wunder Mann ist. Wer ist der Buni? Saibukhari 6968. Er lacht noch. Hast du den Hadithen parat? Super. Saibukhari 6968. Schaut euch mal an, was der Mohammed den Muslimen anordnet. Wenn die Muslime eine Frau haben wollen, dann können die sich die schnappen und zwei falsche Zeugen bringen und dann geht die ihr. Obwohl diese Frau das nicht will. Wahnsinn, ne? Sayabukhari, wie heißt die Nummer Nummer, Bruder? 6968. Kann man sich gut merken. 6968. Tricks. Das ist aufgefütterte Tricks. Ja, Tricks, genau. Das Kapitel heißt die Tricks. Absolut geisteskrank, Mann. Ja, direkt auf Deutsch sogar übersetzt. Nicht schlecht. Soll ich vorlesen, Bruder? Ja, natürlich. Okidoki. Der Prophet sagte, eine junge Frau sollte nicht verheiratet werden, bis sie um ihre Zustimmung gebeten wird. Und die Matrone, Matrone ist eine erwachsene Frau, sollte nicht eher heiraten, als bis sie gefragt wird, ob sie mit der Heirat einverstanden ist oder nicht. Er wurde gefragt, O Gesandter Allahs, wie wird sie die Jungfrau ihre Zustimmung zum Ausdruck bringen? Er sagte, indem du schweigst. Einige Leute sagten, wenn eine Jungfrau nicht um ihre Zustimmung gebeten wird und sie nicht verheiratet ist und dann ein Mann, in dem er einen Streich spielt, zwei falsche Zeugen vorlegt, dass er sie mit ihrem Einverständnis geheiratet hat und der Richter bestätigt seine Ehe als wahre, also als wahres und der Ehemann weiß, dass die Zeugen falsche waren, dann schadet es ihm nicht, seine Ehe mit ihr zu verheiratet. Allerletzte Satanskult! Allerletzte Satanskult! Und der letzte Spruch noch? Die Ehe wird als gültig angesehen. Seht ihr das? Also, das ist wirklich satanistisch. Das ist so teuflig! Das heißt, du kannst unter zwei falsche Zeugen eine Jungfrau nehmen, sie heiraten und die darf sich auch nicht wieder von dir scheiden lassen. Ist das krank? Das ist heftig, Mann. Das ist gut, dass du mir das gesagt hast. Das ist so verstörend! Verstörend und geisteskrank, Mann! Das muss ich sofort abspeichern. Das muss sofort abgespeichert werden. Und jetzt hört die Aussage von Abu'l-Bara. Alles, was du in Bukhari und Muslim findest, ist authentisch mit Konsens. Das heißt, dieser ganze Wahnsinn und der Quatsch, der da alles verbreitet wird, ist alles wahr! Du hast keine Wahl auf dem Sitzverzettel. Crazy Deluxe, erklär uns mal, was ist das für eine Religion, Mann? Danke für den Aldi, Bruder. Den habe ich nämlich nicht gehabt. Gleich abgespeichert. Sehr gut. Super. Ich habe nur gekannt die Geschichte, aber ich habe die Nummer nicht gewusst. Super. Was für eine kranke Sekte ist das, bitte? Islam ist wirklich nicht so gut. Hab ich dir das nicht gesagt? Das ist beste Religion, Amir. Guck mal bitte. Hey, du tust mir so leid, Crazy Deluxe. Schechter Budi, zeig dem Dings hier, dem Crazy Deluxe mal, den Hadith, wo Mohammed gesagt hat, niemand weiß, was sich im Mutterleib befindet. Zeig ihm das mal. Niemand weiß, wann es regnet. Niemand weiß, das Geschlecht im Mutterleib. Guck mal, wie der Mohammed lügt. Lügt! Hast du schon die Nummer parat oder soll ich suchen? Nee, du musst da eingeben No one knows rains. No one knows rains. No one knows rains, okay. Ja, wenn niemand weiß, wann es regnet, dann kommt das. Oder no one knows Wombs of Mother oder so. Nein, ich mach mal nur No one rains. Warte, ich mach's über Google. No one knows the... No one... Thank you very much. Alt. The gender in the womb Hadith. Okay, mal sehen, so finden wir es wahrscheinlich razzi-fazi. Warte. Ja, Bruder, jetzt hast du mich erwischt mit einem Hadith, den ich nicht kenne. Is knowing the sex of the baby part of the knowledge? Islam Q&A? das ist nur eine Frage. Nobody knows the gender of the baby in the womb. Ja, ja, da ist das. Ich hab's gefunden, schlag auf. In zwei Sekunden find ich das. Sahih Al-Buradi 4697. Das ist Aufklärungsarbeit vom feinsten Mann. Sehr gut, sehr gut. Gleich abgespeichert wieder. Ich will dein Bestes, ich will dein Bestes, dass du weggehst von einer Lüge und zur Wahrheit Jesus Christus kommst, Crazy Deluxe. Ja. Lies vor. Ja. Der Gesandte Allah sagte, die Schlüssel des Verborgenen sind fünf, die niemand außer Allah kennt. Niemand außer Allah weiß. Die niemand außer Allah kennt, Leute. Guckt euch das mal bitte an und Abu'l-Bahra sagt, das ist authentisch. Es gibt keinen Zweifel. Da muss Mohammed die gelungen haben und ist kein Prophet. Ja, stimmt. Lies vor. Keine Widerrede. Sahih Al-Bukhari 4697. Die Schlüssel des Verborgenen sind fünf, die niemand außer Allah kennt. Niemand außer Allah weiß, was morgen geschehen wird. Niemand außer Allah weiß, was im Mutterleib ist. Niemand außer Allah weiß. Der Mohammed hat nicht gewusst, dass es irgendwann mal Dings gibt. Wie heißt das? Äh, Ultraschall. Richtig. Und Wörterstationen. Einfach, die Slaven ganz schnell widerlegen und ruinieren. Das war's. Mutterschall und Regenstationen muss der auch nicht. Weiter, nicht mal weiter. Was kommt drauf? Wann es regnen wird. Niemand weiß, was das Ding gesteckte Blut und Mutterleib ist oder wann es regnen wird. Die Meteorologen wissen nicht, wann es regnen wird. Ach, ihr seid am Ende. Die Muslime, ihr müsst umkehren zu Jesus Christus, Ah, guckt, niemand außer Allah weiß, wann es regnen wird. Der Allah ist ja hier noch nicht fertig. Niemand weiß, an welchem Ort man sterben wird. Das ist ja okay noch. Aber das nächste ist ja auch wieder. Niemand außer Allah weiß, wann die Stunde sein wird. Heftig, ne? Bruder, danke. Ein gesichertes Tag, meine lieben Freunde. Hi, mein Lieber. Gott segne dich und deine Familie. Dankeschön. Ich bin leider allein, aber auch gut. Ich wollte was fragen. Ich habe gestern zwei Imame streiten gehört hier auf TikTok. Und zwar geht es um einen authentischen Hadith, wo gesagt wird, die Gläubigen wissen, wann Allah auf die Welt kommt und wie er aussehen wird. Da dachte ich so, hä? Es gibt also angeblich einen authentischen Hadith, der sagt, dass die Gläubigen wissen, wie Gott aussieht. Und nur die Gläubigen werden dann am jüngsten Tag Gott sehen. Und da können wir doch nur sagen, dass Jesus Christus der Einzige ist, den wir wissen, wie er aussieht. Ja, der Jesus Christus wird ja in der Bewahrung beschrieben, aber der Mohammed beschreibt den Antichristen und sagt, wenn ihr Zweifel habt, wie euer Gott aussieht, bitte, dass euer Gott nicht einäugig ist. Also Allah hat mehr als nur ein Auge, aber alles, der sieht so aus wie der Dajjal, wie der Antichrist. Okay. Ich fand es gestern interessant, warum die da streiten. Das waren Schiiten und Sunniten. Also Imane, zwei Imane. Zwei Imane. Ja, ja. Der Unterschied zwischen Allah und Dajjal ist nur ein Auge. Schechter, Buri, schlag mal bitte den Hadith auf. Ja. Ich glaube, das ist in Sunnan Abu Dawood 36 noch irgendwas. Ich weiß es nicht jetzt genau. Das ist mit Sunnan Abu Dawood. Meinst du das mit One Eye? Ja, genau. Was steht da noch in dem Hadith? Ich gebe One Eye. Ja, wisst ihr, dass dein Herr nicht einäugig ist, aber alles ist ihm gleich. He's not one eye. Ah, ja. Das ist not this. The Prophet said Allah did not send any prophet but the one of the nation one eye liar at the Jajjah. He's one eye. Ah, ja. Ich habe schon gefunden. Sayy al-Bukhari 74. Ja. Der Prophet sagte Allah hat keinen Propheten gesandt, ohne dass er seinem Volk vor dem einäugigen Lügner an Dajjal gewarnt hätte. Er ist einäugig, während dein Herr nicht einäugig ist. Das Wort Kartel Ungläubiger steht zwischen seinen beiden Augen geschrieben. Und lustig, dass der Koran sich selbst widerspricht. Es gibt auch ein Hadith, wo Mohamed selber sagt, ich habe euch so viel über Dajjal erzählt, dass ich Angst habe, dass ihr am Tag des Jüngstens den Hadith nicht erkennt, den Hadith nicht erkennt. Ich schalte mal bitte auf. Warte. Ich habe Angst, dass ihr ihn verwechselt mit Dajjal. Ich befürchte, Mohamed sagt, ich befürchte, dass ihr den Dajjal nicht erkennt oder beziehungsweise nicht einen Unterschied zwischen eurem Herrn und den Dajjal. Ja. Guck mal, ich müsste mal sagen, der Koran widerspricht sich in dem Sinne, es gibt ja jetzt 37 gefundene Korane und falls ihr es mitbekommen habt, seit Sura 4, 171, verändern sie online alle Korane. Falls ihr es noch nicht mitbekommen habt. Ja. Da heißt es doch, Jesus, Sohn Miriam, also Isa, der Sohn Miriam ist das Wort Gottes und sein Geist von ihm, von Allah. Das wäre ja Schirk. Sura 4, 171 ist das, ja. Ja. Und da ist der erste Widerspruch zu finden für die Muslime selbst. Die meisten, die breite Masse ist eh verloren. Wir können nur einige schlaue unter ihnen kann man erreichen und ihnen die Augen öffnen. Die breite Masse ist sowieso verloren. Das liegt an der Gehirnwäsche. Das liegt an der, das ist ja normal, wenn man, ja, ich sag mal sagen, ein streng gläubiger Mensch, der glaubt halt. Ganz einfach. Da, ich hab's schon gefunden, Bro. Da, ich hab's schon gefunden. Sahi, der Prophet sagte, ich habe euch so viel über den Antichristen erzählt, dass ich befürchte, dass ihr es nicht verstehen werdet. Der Antichrist ist klein, hühnenformig, wollhaarig, einäugig, augenlos, was jetzt? Und weder hervorstehend noch tiefsitzend. Und wenn ihr über ihn verwirrt seid, dann wisst ihr, dass euer Herr nicht einäugig ist. Hier steht auf Englisch. Das ist ein herrlich Antichrist. Ansonsten ist alles gleich. Allah hat einen dicken Bauch, hat eine Entenfüße und alles. Guck, hier, auf Englisch sogar besser. I have told you so much about the Dajjal that I am afraid you may not understand. Allah hat mehrere Augen. Allah hat mehrere Augen. Der Dajjal hat nur ein Auge. Der einzige Unterschied zwischen Allah und dem Dajjal ist nur das Auge. Allah hat mehrere und der Dajjal hat nur ein Auge. Genau, hier steht es, hier, genau. Der letzte Satz. Know that your Lord is not one-eyed. Er sagt selber, ich habe Angst, dass ihr nicht verstehen werdet. Ich habe euch so viel erzählt, dass ich Angst habe, dass ihr ihn nicht erkennen werdet quasi. So sieht es aus. Gleich wieder sofort absprechern. Das ist gerade eine gute Serie. Alles absprechen. Okay, liebe Geschwister, ich muss wieder los. Alles klar, mein Lieber. Ciao. Der Herr Jesus Christus ist mit uns allen. Bis bald. Gott segne dich. Neu. Zack, zack. Zack, speichern unter. Welche Nummer war das? Ja, das ist zu einem Abbot 43,20 weil es hier suchen wird. Was ist jetzt passiert? Hört ihr mich? Nicht so guten Empfang, sind alle rausgeflogen. Jetzt lädt das und lädt das und lädt das und lädt das und lädt das. Jesus segne dich auch Daniela Alvarez. Seid froh, dass ihr den Herrn Jesus Christus habt. Seid froh, dass ihr ihn erkannt habt. Ihr habt so eine gute Möglichkeit gerettet zu werden, die in einer christlichen Familie geboren wurden, dass ihr Jesus Christus schon als Kind miterlebt habt und dass ihr auch eines Tages dann eine Entscheidung für ihn trifft. Bewusst. Wir Muslime, also ich, ehemaliger Muslim, habe keine richtige Bild von Jesus Christus gehabt. Der wird ja nur als Prophet abgestempelt. Aber die Wahrheit zeigt uns was anderes. Wie klärt er etwas ganz anderes, was der Koran behauptet? Der Koran ist einfach nur so eine Verschwörungstheorie Schrift. Merkt ihr, der Koran ist einfach nur eine Verschwörung gegen die Bibel. Und Mohammed hat einfach behauptet, ein Prophet zu sein, obwohl die eigenen Quellen eindeutig sagen, dass Mohammed niemals ein Prophet war. Wir brauchen ja nur nicht mal zur Bibel zu laufen, um zu beweisen, dass Mohammed kein Prophet war. Oh, hart. Danke, Jesus. Halt. Jo, Müllmann. Einmal, lieber Gott, sing für dich und deine Familie. Einmal, lieber Gott, sing für dich und deine Familie. Ich hätte gerne eine Frage an dich. Erstmal guten Tag. Einmal, liebe Gott, sing für dich und deine Familie. Ich hätte gerne eine Frage. Ich bin als Christ geboren, bin getauft worden und habe dann mit 50 Jahren erstes Mal Gott erkannt. Wundervoll. Ich bin dann in die Gemeinde gegangen und dann habe ich gespürt, dass Gott in mir lebt, dass er durch mich wirkt. Ich habe mich dann nach einem Jahr taufen lassen. Okay. In Gottes Namen. Und er hat mir viele, viele Wunder gezeigt. Ich sage Wunder. Gezeigt. Ja. Wo ich nicht gleich wusste. Mir ginge, meine Schwester war ein halbes Jahr in Koma gelegen. Die hatten einen Ärztefehler gemacht. Parma gestorben. Sie hatte eine Spritze im Herzen, die ihr immer Adrenalin gespritzt hat. Okay. Und natürlich, wenn man sechs Monate in einer anderen Stadt in einem Hotel lebt, geht das Geld und wenn man einen Sack hat, auch mal alle. Ich kam nach Hause, meine Wohnung, hatte kein nichts zu essen, die Zeit habe ich noch geraucht, hatte nichts zu essen, nichts zum Trinken, habe ich gesagt, Jesus, was mache ich jetzt? Ich habe nichts zu Hause. Du hast doch gesagt, dass du mich hilfst. Ein paar Minuten später klingelt es an meine Tür und ein Cousin steht vor die Tür. Nimmt 50 Euro raus und sagt, hier, die gebe ich dir. Halleluja. Das hat er doch gemacht. Er hat ihn mir geschickt. Amen. Weiß auch wieso, weil Jesus Christus sagte, seht die Vögel, sie sehen nicht und dennoch ernährt sie euer himmlischer Vater. Wie viel mehr seid ihr denn wert? Du bist sehr kostbar für Gott. Verstehst du? Wie viele Menschen hat er ernährt mit fünf Fischen? Amen. Roses. Thank you. Ich kann nicht mehr in die Gemeinde gehen, da ich im Rollstuhl bin und das ist für mich unwahrscheinlich schwer. Oh Gott, seh ich mich meine Tür. Ja, werde ich hier gefährlich von den Menschen gemobbt. Das ist natürlich schrecklich. gemobbt und vom Amt auch gemobbt, vom Rentenamt und so, dass es nicht mehr auszuhalten ist, dass ich jetzt Anzeige machen muss. was ich, was ja normaler Mensch nicht, Christ nicht machen soll, aber da muss ich es machen. Vielleicht gibt er mir das ein im Herzen, dass ich, aber es geht kein Dach. Vor vier Jahren ist meine Tochter gestorben. Vor vier Jahren ist deine Tochter gestorben? Ja. Okay. Und weißt du, es gibt nichts Schlimmeres, wie wenn ein Kind geht. Ja, sehr, sehr traurig. Ich habe nicht Gott Schuld gegeben. Ich habe gesagt, Amen, Halleluja, Jesus. Du hast sie befreit. Er hat sie befreit von ihren Schmerzen, von ihrer Krankheit. Sie lebt bei dir im Paradies. Nur, lieber Gott, habe ich gesagt, Jesus, pass auf mein Kind auf. Amen. Und ich rede jeden Tag. Ich bete nicht. Ich unterhalte mich mit ihnen. Ich rede mit ihnen. Sehr gut. Also, beten tue ich ganz selten. Ganz, ganz, ganz selten. Vor, also, dieses Jahr war ganz schlimm für mich. War da, da ist zuerst der Schwiegersohn meiner Schwester gestorben, junger Mann. Dann, äh, ist denen seine Mutter gestorben. das ist die Gegenschwiegermutter. Die ehren wir genauso wie eine Mutter. Dann ist, äh, mein Schwager gestorben. Der war 60 Jahre mit meiner Schwester verheiratet. Und dann, drei Wochen später ist meine Schwester gestorben. Das ist jetzt her, ein Monat. Und er gibt mir so viel Kraft. So viel Kraft. Und ich sage, lieber Gott, ich kann nicht mehr. Gib mir die Kraft, die ich brauche. und ich habe sie, ein paar Minuten später. Hammer, Halleluja. Ich habe sie, weil ich mich mit ihm unterhalten tue. Ich sage, Gott, wie soll es weitergehen mit mir? Meine Tochter ist tot, meine Schwester ist gestorben, ich habe noch mehr Geschwister. Die, eine ist älter, die anderen sind jünger. Eine, was wir nicht durften, aber wir haben es getan. Wir haben sie ausgestoßen, eine Schwester. Weil sie hat, sie hat, nach drei Monaten, vor drei Monaten ist ihr Mann gestorben und sie hat nach drei Monaten geheiratet. Und das ist bei uns sehr schlimm. sie hätte das, wenn sie sich einen anvertraut hätte. Nicht mich, vielleicht Gott, Jesus. Vielleicht hätte er ihr den Wink gegeben, sie soll noch warten. Nicht nach drei Monaten heiraten. Dann ist meine Nichte in Urlaub gefahren. Das war vor drei Tagen. Kam wieder, sie war in Cannes, Monte Carlo da oben, ist nach Hause gekommen und ihr hat, sie musste zum Friedhof fahren, sie sollte das sauber machen. Es hat ihr keine Ruhe gelassen. Kommt vom Friedhof und ein Auto fährt ihr direkt ins Auto rein und sie fährt auf ein anderes Auto rauf. Sie kam sofort ins Krankenhaus. Und ich habe gesagt, das Böse hat dich dahin gezogen. Weil dein Mann lebt. Er ist bei Jesus. Warum bist du dahin gefahren nach 1200 Kilometer Strecke? Da hättest du doch warten können. Das sind Sachen, die der Mensch, manche nicht verstehen, was Gott mit einem macht. Wenn man Gott in seinem Herzen aufnehmen tut, wo Gott wohnt, kann nichts bis es passieren. Und ich tue auch keine... Das ist alles sehr laut. Es ist kein Wort. Ich kann keine andere Religion verurteilen. Ich tue auch keine verurteilen. Die Leute kommen so auf die Welt... Aber du kannst keine andere Religion verurteilen? Nein. Ich verurteile sie nicht. Auch nicht den Islam, der Lüge verbreitet über deinen Glauben. Ich gebe mich nicht ab mit dem Islam. Ja, aber du weißt ja ganz genau, was der Koran da verbreitet über Jesus Christus. Ja, das weiß ich. Das weiß ich. Das habe ich hier auch viel bei dir auf deiner Seite jetzt mitbekommen. Und das finde ich nicht... Wer an den Islam glauben tut, soll an ihn glauben. Soll aber auch überlegen. Was wir Christen glauben. Soll er sich mal die Bibel kaufen und soll die Bibel und den Koran zusammenlegen und zusammen lesen. Zum Beispiel lebe ich ja mehr nach dem Neuen Testament. Nicht nach dem Alten Testament. Ich bin freier Christ. Ich gehe in keine Kirche und ich bete kein Kreuz an. Ich bete kein Stein an. Ich bete nichts an. Weil Gott bei mir ist. Der wohnt mit mir in meiner Wohnung. Weißt du, so ist mein Glaube. Und das schönste Gefühl, was ich hatte, das war meine Taufe in Jesus. Wir sind zum See gefahren. Wir waren 20 Teuflinge. Die sind ins Wasser. Und wie ich reinkam, da habe ich gemerkt, dass der Heilige Geist da ist, der über uns schwebt. Da bin ich ins Wasser gegangen, als wie wenn ich aufs Wasser laufen würde. Ich bin nicht über das Wasser gelaufen, aber mir kam es so vor, dass ich über das Wasser laufen durfte, bis ich bei den Diakonen und Pfarrern war und die mich dann getauft haben. Und viele schreiben hier raus, sie sollten jeder ihr Glauben mit Jesus vergleichen, mit der Bibel vergleichen. Ich tue sie nicht verurteilen. Kein Glaube. Okay, danke dir vielmals für deine Worte, meine Liebe. Gott segne dich. Danke, dich auch. Danke dir vielmals für deine Worte. Ich hole mal jetzt den nächsten rein. Vielen Dank für deine Worte, ja? Dankeschön. Okay, kannst du immer wieder reinkommen, wenn du möchtest, ne? Danke. Tschüss. Okay, bye, bye. Gott segne dich. Ciao. Hörst du mich? Ja, ich höre dich, mein Lieber. Gott segne dich und deine Familie. Danke, dich auch. Du, Amir, ich habe eine Frage. Ja. Glaubst du, dass Allah und Gott gleichgestellt sind? Nein, natürlich nicht. Allah und der Teufel gleichgestellt. Allah ist ja der Mutgötze aus Saudi-Arabien. Ich habe ja gestern eine Diskussion gehabt mit so einem Muslim. Da hat er das eiskalt zugegeben. Da sagt er, ja, Mohammed hat bis nach Mekka wieder zurückgegangen, hat die ganzen Götzen in der Kaaba zerstört und hat den Hauptgötzen gelassen. Allah. Er hat das eindeutig zugegeben. Einfach nur köstlich. Ja, weil ich habe letztens ein Vers gelesen, dass ja der Teufel irgendwie die linke Hände hat oder rechte Hände hat und Allah irgendwie das Gegenteil. Also dann stelle ich mir die Frage, dann sind ja beide gleichgestellt, wie Brüder. Was sagst du? Ich habe letztens ein Vers gelesen im Islam, dass ja der Teufel irgendwie linke Hände hat und Allah rechte Hände hat. Ja. Also dann kommt mir das Wort, ob das Zwillinge wären. Ja, die linke Hand mit dem Satan zugeschrieben. Das ist so die dreckige Hand im Islam. Deswegen kann Allah sich ja nicht mit der dreckigen Hand, eine dreckige Hand zugeschreiben. Deswegen hat er zwei rechte Hände. Ja, aber dann hätte doch Gott uns doch auch mit rechten Händen erschaffen sollen. Warum hat er uns doch mit einer linken Hand erschaffen? Ja, das ist eine gute Frage. Der wollte, dass wir da mit links und dann unseren Hintern abwischen und mit rechts essen und so. Eine Runde Lachen mit Dr. Schäger, aber Kommt alle rein! Komm, du, leckst die Nacht zu gerne an! Na, aber ich, keine Ahnung, aber es ist einfach lustig momentan auch, wie viele wirklich zum Islam konvertieren, ohne überhaupt eine Ahnung zu haben. Ja, das ist lächerlich. Die treten auch in einer Rennbahn oder Monat, die erkennen, was wir alle so in der Bank und und was Moritz mit deinem Leben so getan hat. Glaub mir, sobald die sich hinsetzen und das studieren, gehen die raus aus dem Islam. Okay, mein Lieber, ich wollte dich nicht weiter sterben. Okay, wie bitte? Du hast gerade schlechten Empfang. Du hast gerade ein bisschen schlechten Empfang. Ja, hörst du mich jetzt besser? Ja, zeig ich dich besser. Ja, ich habe gesagt, da schicken die Leute mal hier diese Geschenke rein. Ich bin ja NPC-Sheikh. NPC-Sheikh geworden, genau. Und das ist ja ein neuer Trend hier auf TikTok. Und dann sind so ein Hübschen für die Menschen. Und bei jedem Aktionen reagieren die immer so darauf. Oh, Roses. Roses. Oh, Handfel. Da waren die so und so voll verrückt. So, weißt du? Ja, aber was sagst du, was sagst du zu Irrfan? Was sagst du zu Irrfan sage? Richtig. Was soll ich denn zu dem sage? Der macht seine Sache und ich mache meine Sache. Was soll ich denn zu ihm sagen? Na gut, also wie gesagt, ich schaue echt gerne bei dir zu. Und ich wünsche dir auf jeden Fall Gottes Segen und alles Liebe noch. Alles klar, ich dir auch, mein Lieber. Gott segne dich und deine Familie. Und dass wir uns alle die linke Hand auf rechts operieren. Ja, da seht ihr mal, wenn die Muslime mal aufrichtig und ehrlich sein würden und dann anfangen auf einmal da rumzustöbern in den ganzen Hadithen und die Aussagen Mohammeds durchgehen, die würden alle ungläubig werden und sagen, das kann doch nicht wahr sein. Das ist ja eine Lüge vom Feinsten. Wahnsinn. Das ist ja eine Lüge vom Feinsten. 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 Der islamischste wissenschaftliche Katastrophe, Mann. Oh, jetzt fängt das schon wieder. Hört ihr mich, ihr Lieben? Besser jetzt. Ja. Hört das schon, sag mal bitte an. Ihr Lieben? Ja, ich kann. The scientific miracles of the party in the party got debunked. The scientific argument of the scientific miracles of the party is debunked. Und ihr kennt ja diesen einen hier, auf den ich reagiert habe, diesen verschollenen Sohn von Kapital Bra. Dieser deutsche Muslim, dieser kleine Junge, der übelst Gehirn gewaschen wurde, der kommt ja nur mit so wissenschaftlichen Wundern im Koran. Der Arme hat sich deswegen entschieden, den Islam anzunehmen. Und diese wissenschaftlichen Wunder wurden widerlegt. Alle. Der Koran und der Islam ist eine Lüge. Eine Lüge. Und ich stehe hier mit meinem Gesicht und sage das vor der ganzen Welt. Danke. Oh, heart for you. Jesus Christus bleibt die einzige Wahrheit. Der einzige Weg, um in den Himmel zu kommen. Der Herr Jesus Christus hat uns das ewige Leben geschenkt durch seinen Tod. Der Weg ist nun frei. Und wir können mutig zum Thron des Herrn Jesus Christus kommen und unsere Knie beugen und unsere Schuld vor ihm bereuen. Und vor Neuem geboren werden und errettet werden. Gibt es was Schöneres als den Herrn Jesus Christus? Ich habe keinen. Niemanden gibt es. Es gibt niemanden auf der Welt, der schöner ist als der Herr Jesus. Kein Prophet. Kein Mensch hier. Niemand. Das, was der Herr Jesus Christus für uns persönlich getan hat, ist der größte Liebesbeweis. Er war bereit, stellvertretend sein Leben für uns zu geben. Und ihr Muslime geht nach Syrien und Irak und hängt euch irgendwelchen Gruppierungen an und kämpft im Namen Allahs. Einzige Katastrophe. Kostenlose Bibel, genau. Bestellt euch eine kostenlose Bibel, ihr Lieben. Liest das Wort Gottes. Und viele Muslime haben das schon erkannt, dass der Islam schon eine Lüge ist. Und viele treten gerade aus dem Islam aus. Schaut euch das da an. Hört mal zu. Die muslimische Jugend verlassen alle den Islam. 24 Prozent, alle verlassenen Islam. Das ist 3. Gib mir ein Nummer. Ich will euch das mit euch. Gib mir ein Nummer. 10, 5 Prozent. Nein, ich will mehr. Mehr als 5. 15, mehr. 20, mehr. 24, 4, 5 Prozent. Die Zettel sind weggegangen. Es ist rar, dass man nach Hause findet ein junger Mann oder eine junge Frau, die ihre Eltern, ihre Familie und ihnen zu sagen, ich glaube nicht in Allah. Ich glaube nicht, dass Muhammad ist kein Gesandter Gottes. Sie haben alles herausgebunden. Muslime, die Ahnung von der Religion haben, sind alle abgeholt vom Islam. Als sie herausgefunden haben, dass der Islam sowas behauptet, dass Allah seine Unwissenheit da so präsentiert. Absoluter Wahnsinn. Und hier sagt der Bilal Phillips, da kommt eine Welle der Apostasie auf uns zu, weil die Leute dank dem Internet eigene Recherche betreiben können. Einfach nur genial. Ja.